Also Leute, wir starten heute ganz easy peasy. Wir machen heute 1000 Booster auf. Yes! Lange erwartet, dadurch dass Welten im Wandel leider ausgefallen ist, durch organisatorische Probleme und was weiß ich nicht allem, öffnen wir jetzt Schild und Schwert. Genau. Die neue Ära der Pokémon-Sammelkartenspiel hat begonnen und wir wollen natürlich viele geile Karten ziehen, unter anderem viele Magnolikas Full Arts. Wir suchen natürlich den goldenen Flottball, hier ganz schön, den habe ich noch ausgegraben. Yes, der erste Pokémon. Also Leute, 1000 Schwert- und Schildbooster auf Deutsch in voller Länge hier bei uns auf dem Kanal. Und ja, genau. Und wir wollen auch noch gucken, ob wir tatsächlich schaffen, das komplette Set zu ziehen. Also mit kompletten Set meinen wir jetzt nicht unbedingt die ganzen Rare-Reverses und so ein Scheit, sondern wirklich jede Normal-Art bis Full-Art bis zur Secret-Ware, ob wir das schaffen. Und ja, ich bin gehypt. Ich bin auch absolut gehypt, ey. Ich freue mich jetzt schon seit, eigentlich seit sechs Monaten noch für das nächste 1000er-Opening endlich, weil finally sind wir endlich hier. Wir haben es geschafft. Leute, wenn euch das gefällt, lasst du mir für eine positive Wertung da. Und ja, ich würde einfach sagen, let's get you ready to rip the packs. Genau, du müsstest nur gucken, dass du hier wegen der Softbox noch... Ja, ja, chill. Ich lasse mal gucken, was die Play-Math sagt. Leute, wunderbar, jetzt können wir starten. Perfekt. So, dann würde ich sagen, Dennis, gehen wir rein ins Tausend-Opening, bevor wir jetzt zu lange quatschen und die Booster sagen so, jo, ich hab keinen Bock mehr, ich geh jetzt... Gehen wir rein, oder? Ich mach das. Gehen wir rein. Wir machen jetzt straight 1000 Booster. Wie gesagt, ohne Unterbrechung. Und diesmal ganz neu, wir machen diesmal 1000 Booster mit Pack-Trick auf. Was ich gerade sagen? Ich würde sagen, ich geh jetzt einfach direkt rein, während Dennis hier noch versucht, alles sauer und ordentlich zu machen. Und ja, wir machen das Ganze jetzt natürlich auch ohne Pack-Trick auf. Nee, nicht so, wie Dennis gerade gesagt hat. Oh, Sondermonbon. Oh, Mist. Ich muss nicht fangen und ab und ab und ab. Ja, ich würde sagen, das ist doch eine gute Sache, ne? So. Wir haben auf jeden Fall mal einen Sondermonbon. Wir legen einfach jetzt erstmal alles raus, was wir so ziehen. So, Rombon. Ah, komm. Wo machen wir denn jetzt? Wo machen wir die Code-Box hin? Weiter, weißt du was? Keine Schatten. Du kriegst eine Code-Box. Code-Box? Eine Code-Box, um die Codes alle rauszunehmen. Oh, ich fang schon an. Wir hatten schon einige... krasse Displays. Zeig mal, was du hast. Und der erste Hit aus dem Tausender. Oh, ich hab ein... Uh, Manolit Full Art, Leute. Sehr schön. Sehr schöne Karte. Geil. Die hab ich auch noch nicht. Die hab ich auch noch nicht in echt gesehen. Und ich... Das war mal ein Pack, Leute. Das war mal... Oh, ich hab direkt auch was. Und, oh, Mopeko VMAX. Die Karte hat man gefühlt auch 20 Mal gesehen. Und das ist tatsächlich die Normal-Art dieser Karte. Das zählt nicht als Full-Art. Ja gut, es gibt ja keine Full-Art-Karte von der Karte, ne? Ja. Warte mal ganz kurz. Let's go. Stimmt. Wir haben natürlich wieder wunderbare Penny-Sleeves hier am Start. Und ja... Ihr fragt euch jetzt, warum keine Perfekt-Zeit. Aber wir haben jetzt in unserem Lagerungssystem, äh... Oh mein Gott. Ne Gold und 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 und. Uh, Luftballon in Secret Rear. Wir wollen natürlich Sälchen und Summer Center in Gold hier ziehen. Das ist natürlich die höchste Priorität quasi, sag ich jetzt einfach mal, was wir hier ziehen wollen. Jetzt. Brauchen wir da ja großartig was zu sagen. Nein. Ich glaub auch nicht. Ich hab schon eine Zeit im Elektro in Reverse. So. So. Ach, Leute. Es ist so viel zu erzählen eigentlich. Aber ja irgendwie... Aber nur die Clicks auffallen. Einfach... Dann ist viel zu viel los. Einfach schon viel zu... Oh, Sonderbombom Reverse. Die sehen wir auch. Und die erste Holo-Card. Ich würd sagen, wir machen auch zumindest mal einen Holo-Stapel. Ja, die Holos sollst du bitte auch in die Sleeves packen. Alles klar. Leute, wie gesagt, wir sind ja im Moment dabei, den Online-Shop aufzubauen. Wenn alles gut läuft, sind wir im März online mit dem Online-Shop. Und ja. Wir sind auf jeden Fall gehypt. Die Vorbestellungen haben ja auch sehr gut funktioniert. Beziehungsweise sind sehr, sehr gut bei euch angekommen. Was natürlich sehr, sehr freut. Es wird safe. Ich werde Schild 2 auch nochmal Vorbestellungen geben. Dann hoffentlich auch bei uns auf der Shop-Webseite. Und ja. Guck mal, hier ist ein bisschen Curved. Guck mal, guck mal. Somnivora. Großes Amulett. Ich lege einfach mal alle Trainerkarten so ein bisschen raus. Und wir haben wieder tausende Bulk-Karten nachher. Dein Zimmer wird nachher einfach nur nach Bulk stinkt. Einfach nur Bulk. So, ein Tausch. So, ein Tausch. Letzt wird tausende Openings sein, was wir jetzt... Nee. Was wir tatsächlich hier bei mir zu Hause aufnehmen. Yes. Weil das Studio habt ihr ja auch schon gesehen. Der kommt übrigens zu dem ganzen Kram, was wir quasi hier jetzt gemacht haben am Wochenende, wo wir jetzt einpacken waren, wo wir das aufgenommen haben. So ein Behind-the-Scenes-Vlog quasi, wo wir euch mal mitgenommen haben. Wie so ein Release-Wochenende, weil es da quasi aussieht. Und da seht ihr auch das Studio von uns. Und ja, das wird eine gute Zeit, würde ich einfach mal so sagen. Das wird eine gute Zeit. So, Liberlo in... Und ein Relaxo-V. Und Luftballon. Sehr schön. Adressbuch. Auch eine gute Karte. Yes. Wir haben auch wieder im Community-Tab noch ein paar Fragen gefragt. Die werde ich jetzt auch dann gleich mal noch auspacken. Klar, wir haben ja wahrscheinlich... Das wird wahrscheinlich zweieinhalb bis drei Stunden dauern. So ein paar Key-Facts quasi zu den Sets. Das könnte man dazu sagen. Das müsste man wichtig wissen. Und 202 Karten. Es gibt vier Rainbow-Karten. Also vier Rainbow-V-Max. Es gibt vier Rainbow-Fullart-Trainer. Das heißt, acht Rainbow-Karten an der Zahl. Wir haben insgesamt... Sechs Säuse-Karten. Genau, davon... Mit den zwei Legis. Davon Sächen und Summer Center dann quasi. Dictri in Reverse. Noctu. Pokerkind. Leider nix in diesem Pack. Ja, was gibt's noch so wirklich so? Also wir haben ja wie gesagt einiges in dem Set, was wir ziehen wollen. Chiller-Bell auch eine sehr, sehr gute Karte. Und ja, einige Folter. Die Full-Arts wollen wir vor allem ziehen haben. Polo-Magnolia. Genau, die Magnolica. Magnolica ist schon. Magnolica. Forscher-Professors. Die haben wir auch schon gesehen. Also Leute, und von so ein paar Boostern, die wir bis jetzt aufgemacht haben. Die Pull-Rate ist teilweise echt ein bisschen crazy. Ja. Also man kann richtig extreme Displays haben. Das heißt, dieses O1000 könnte eigentlich ganz nice werden. Ich hab den ersten V-Hit. Oder V-Hit. Oh, ein Flop-Ball. Der erste Flop-Ball. Und ein Luft-Ballon. Oh, das war ein sehr gutes Pack. Polo-Black-Show. Ich bin richtig im Modus, ey. Fühlt sich gut an, jetzt hier wieder endlich zu sitzen. Ja, Mann. Vor allem nach der ganzen Zeit, wo man drauf gewartet hat und gehypt war, dass das Opening jetzt endlich kommt. Und jetzt ist es endlich da. Fühlt sich gut an, oder? Fühlt sich ganz gut an. Kann man öfters machen, Leute. So, Somnivora, Kick-Halo, gute Hopp. Und Poco-Komm 3.0, wo der auch gehyptet hat, auch eine... Oh, sehr von Bauen. Glückseye. Gute Karte. Nice, nice, nice. So, schauen wir mal. Elektro, Vulnona. Der Freight ist real. Der Luft-Ballon auch sehr schön. Wir haben ja gesehen, die... Oh, der nächste Hit, der nächste Hit. Oh, ein Urgel-Full-Art. Oh, die ist schön. Die hat Lina ja auf den Provis gezogen. Die ist super nice. Stefans Lieblings-Pokémon aus Schild und Schwert. Die ist so schön. Das gute alte Urgel. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich gerade sagen wollte. Ja, vermind. Aber eine sehr, sehr schöne Karte. Bis jetzt sind wir gut dabei, ne? Ja. Kann man sagen, die haben wir jetzt genug appreciated. Die können wir ja daneben rauslegen. Auf jeden Fall müssen sie rausgelegt, ne? Das ist so lange gar. Weil ihr könnt natürlich auch wieder Einzelkarten bei uns kaufen, ne? Wie bei Card Market. Ihr kennt das ganze Spielchen. Und noch ein Hit. Und ein Victini. Auch eine sehr schöne Power-Card-Vicine, ne? Und ihr müsst euch die Karten wirklich jetzt mal selber anschauen. Weil die sind hochwertiger noch geworden als die GX-Karten. Auch von der Struktur, von der... Also die haben jetzt nicht so eine richtige... Von der Kontur, sag ich jetzt mal. Also ihr müsst die Karten unbedingt mal in echt gesehen haben. Safe. Das sowieso. Ach ja, genau. Was ich sagen wollte... Oh, Mary. Mary in Holo. Sehr schön. Die wollen wir natürlich auch noch in Fuller ziehen. Was ich noch sagen wollte. Seixin und Summer Center in Gold. Sind ja so die Karten, die man irgendwie aus dem Set unbedingt ziehen will. Man könnte sagen, oder wahrscheinlich wird es so sein, von den Openings, die wir jetzt gesehen haben, auch des 1000er Openings von Dariums, dass sie eine normale Secret-Rap-Pull-Rate haben. Dass die nicht so selten sind wie die Goldkarten in Ultra Prisma zum Beispiel. Sondern halt ein gutes Stück, ja ich sag mal, natürlich sind sie noch extrem selten, aber ein Stück unseltener sind, als zum Beispiel die Goldkarten in Ultra Prisma. Nur so als Beispiel. Das Problem ist, man kann ja jetzt bei Pokémon schwer von Seltenheit reden, weil man nie genau weiß, wie die genaue Print-Auflage ist. Natürlich. Wenn man natürlich dann sagt, okay, Summer Center und Dings. Oh, die nächste Fuller, was geht denn bei mir ab? Alter. Oh, Summer Center Fuller. Sehr, sehr schöne Karte. Richtig. Und ich ziehe hier nur die Fuller. So kann es doch weitergehen. Ja, also ich würde sagen, wenn wir nur Fuller rausziehen, dann wäre ich voll fein mit. Da könnte man mal ein großes Amulett lieben. Oder? Nee. Okay, Adressbuch, aber legen wir trotzdem raus. Wie gesagt, hier sind einige gute spielbare Trainerkarten drinne. Einfach. Obwohl ich schon lange keine mehr gezogen habe, ne? Trainerkarten, oder was meinst du? Ja gut, Summer Center musst du noch spielen, Lennus. Ja, mach ich sofort. Ich bin jetzt schon extra für dich erledigt. Ich hab alles noch ein bisschen Schatten wirft, deswegen wir wollen schon meine... Ein Card-Buddy-Service für Sie. Leute, ihr wisst das ja. Wir haben auch schon überlegt, eventuell wird es die... Session V, Leute. Lucky Egg hat er dabei geblieben. Das ist... Das Lucky Egg kommt raus. Leute, das ist eine mit die spielbarste Karte auch aus diesem Set. Könnte man... Kann man so sagen, auf jeden Fall. Denn wir haben Fähigkeit. Kühnes Schwert. Einmal während deines Zuges kannst du dir die obersten 3 K-9-6 anschauen und beliebig viele Metallenergiekarten, die du dafür findest, an dieses Pokémon anlegen. Nimm die andere Karten zurück auf deine Hand. Und... Der Zug endet zwar, aber es ist trotzdem eine sehr, sehr gute Karte. Und ja. Auf jeden Fall. Denn es ist ja... Ich bin gleich wieder da, Leute. Ich muss mir nur meine... Please stand by, Leute. Please stand by. So. Chillabelle. Oh yes, wir haben sie. In Reverse. Und ein Belectro. Chillabelle ja auch eine sehr gute Karte, weil... Das lieben. Das Ganze... Ja. Weil das Ganze ja eine... Ja. Die Fähigkeit hat von... Vibrak GX. Alter, Dennis, du reißt dir wieder alles ab. Was ist hier los? Reiß die Hütte ab. Reiß die Hütte ab. So. Aber... Nichtsdestotrotz. Wir wollen natürlich trotzdem Ration und Summer Center in Gold ziehen, weil wir da anziehen. Das sieht von der Leitung super geil aus. Auf der einen Seite rot, auf der einen Seite lila. Ja, warte, das kann ich mir nochmal zeigen. So. Galagaloppa und ein Gaunuchs. Nichts an der Stelle. So. Genau, was Dennis meint. Von einmal rot, einmal blau. Oh, ich hab mir verknöchelacht. Oh, Mann. Und natürlich gibt es auch wieder in diesem Set Hashtag Falter für Dennis. Und zwar... Mortineva. Ein Burdel. Eine sehr schöne Karte. Oh, fuck. Die wird es ja den nächsten... Die wird es ja den nächsten Secret Rare geben. Ja, war ne. Als shiny Secret Rare. Richtig, richtig gut. War die shiny? Die war shiny, soweit ich das gesehen habe. Also... Eine schöne Sache auf jeden Fall. Wir machen das Ganze jetzt einmal so. Ich schau mal. Ja, da zieht Juhl. Der nächste ist, der nächste ist. Und wir haben hier ein Servol. Ein Servol. Das haben wir auf den Prolis 20 Mal gesehen. Ein Bindidi. Das hat jeder gezogen am Prolis. Ich habe hier auf jeden Fall ne... Ich habe hier auf jeden Fall ne... Irgendwas. Oh, noch ein Glück sein. Also, ihr müsst das Pattern bzw. das Holofall von der Karte unbedingt einfach mal in echt sehen. Weil, so vom Video her, das ist nicht... Man sieht nicht, wie gut die Karten dann echt wirklich aussehen auf Kamera. Man muss sie wirklich in echt gesehen haben. Leute, ich mach jetzt mal... Kann man einfach nur so sagen. So. Ich breite mich hier mal auf. Oh, guck mal, du kannst. Du, der. Das finde ich auch ne sehr schöne Dings. Machst du ja gemütlich, Dennis. Ich hoffe, die Zuschauer waren es sich auch gemütlich. Ein Pampuli und Zen Long. Wir werden natürlich auch wieder ein Recap-Video machen von den ganzen Polen. Wo ihr das Ganze nochmal in Zusammenfassung seht, bzw. wo wir dann auch noch die Pull-Rate... Und der nächste Pol ist ein... Oh, sieht die... Die hat gerade... Sieht die ein bisschen matter aus, als die andere? Kann das sein? Ne, die Karten sind generell matt, nur das Pokémon-Glänze. Das hat so ein bisschen matter ausgesehen, fand ich. Aber gut. So. Weitersortieren. Und dann packe ich gleich mal noch die Fragen aus, die ihr uns gestellt habt. Flottweil in Reverse und ein Urgel. Besser kann das Pack gefühlt ja gar nicht werden. Es sei denn, man zieht das hier gut weg. Und... Nee, der Schmetterhammer ist auch zurück. Schönes Ding. Schönes Ding. So. Würde ich mal sagen... Ja, sehr geil. Gucken wir mal, was da denn so gefragt wurde. Aber so ein paar Spray-Szenen noch. So, Liberlo und Elektro. So sehen wir irgendwie auch ziemlich oft, gerade müssen wir auch noch das Leben. Fuggen und Zenterdame. Das ist tatsächlich die gleiche. Perfect. Denn die Holo-Karten sind ja auch viel schöner geworden. Wenn ihr Openings sehen wollt, die... Wo wir noch genauer auf die Karten drauf eingehen als jetzt. Oh, Mauerzinger. Oh, auch noch nicht gezogen. Dann checkt auf jeden Fall die Openings, ab die schon kamen. Ansonsten aktiviert die Glocke, weil... Ihr seht's, wir haben einige Top-Trainer-Boxen noch, die wir auf jeden Fall noch aufmachen werden. Und sonst einiges. Also, da kommt auf jeden Fall noch einiges auf euch zu. Und... Oh, wohin genau? Einer meiner Lieblings-V-Karten irgendwie in dem Set. Ich finde die Karte so cool. Sehr schön. So, was haben wir hier? Ein Hopp, der ist leider nicht so toll. Der gute Hopp. Aber er bringt uns noch die Hoffnung. Genau. Oder... Oder bringt er noch ein bisschen gar keine Hoffnung. Ich weiß nicht. Aber wir sind gerade... Also ich finde, wir sind mit Hits gerade echt gut dabei. Und... Oh! Ah, schon wieder Mob-Pekko. Gefühlt ist die Karte super häufig, ne? Ja, aber das geht daran, da von diesen... V-Max. V-Max-Karten gibt's halt noch hier in dem Set. Mhm. Oh, 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 oh. Uh, Idle Abras. Das haben wir tatsächlich auf dem Kanal noch nicht gezogen in Deutsch. Oder nur in Englisch bisher. Es ist aber ein super schönes Artwork, finde ich. Also das ist das schönste Artwork von den Karten, finde ich, in dem Set. Change my mind, Leute. Change my mind. Ja, gefühlt... So, wo ich jetzt auch nochmal das Heftchen durchgeguckt habe. So viele Karten sind gefühlt gar nicht in dem Set, ne? Obwohl es 200 Karten natürlich sind. Ich finde aber die Ultra-Rare-Hits hier so... Die Wii-Karten sind schon... Das sind schon eine Menge drin. Sonderlein Pokémon hier, die da so eine gespielt haben. Und ich glaube, ich hab das verleidigt nicht. Sehr schöne Sachen. So, wir haben die Aurora-Energie, soll ich die rauslegen? Ja, kannst du machen. Leder ja eh nochmal komplett durch. Bis Bulk komplett sortiert ist, wird dann dreimal durchgeguckt. Also, man kennt die Durchlaufsortierphasen von Bulk. So, Hoplo. Wartrauben. Fiondragi. Goldgegen ist auch wieder am Start. Der erste Entwicklungsfraud, der nicht zieht. Die ist da auch eine sehr, sehr gute Karte. In dem Heftchen steht sogar extra nochmal drin, dass auch die V-Karten damit eingeschlossen sind. Was sehr, sehr nice ist. Also, Toxikwack in Holo. Und du hast... Aurora-Energie. Barricadex in Holo. Sehr schön. Und die Aurora-Energie. Sehr nice, Leute. Next-Schluss-Pack. So, wir haben ein Pico-Chilla. Die haben auch rausgelegt für die... Ist die Entwicklung schon ruhig? Holst du dir nachher noch raus. Oh, 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 oh. Und, 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 und. Dennis, 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 Dennis. Ich hab was Schönes. Ich hab was Schönes. Und ich hab eins. Wohingen, genau. Also, auf jeden Fall was Schönes gezogen. Finde ich auch cooler. Das ist ein Crapmon. Die Platte auch. Ja. Ich finde es einfach nice. Das ist auch so creppige. Oh, wir haben doch keinen Wohingen. Doch. Doch, wir haben tatsächlich schon eins gezogen. Wir haben schon eins gezogen. So. Aber, wir können ja mal noch auf die Fragen eingehen. Und zwar hat zum Beispiel Luis Taylor gefragt, was war euer teuerstes Opening? Ich glaub, da sitzen wir gerade. Nee, Quatsch. Das 1500 Booster Opening. Das war das teuerste Opening. Ja, unser einjähriges Jubiläums-Special-Stream. Was wir jetzt übrigens auch demnächst feiern, also unser zweijähriges. Wir haben jetzt keinen Stream angeplant, aber... Chiller-Ban. Wenn das... Ich sag jetzt einfach mal so, wir haben jetzt noch nicht darüber geredet oder sowas. Wo hast du dein Chiller-Ban hin? Was? Wo hast du dein Chiller-Ban hin? Hier. Da hab ich mir da, glaub ich, reingelegt. Ja. Wir haben jetzt noch nicht darüber großartig geredet, aber wir feiern jetzt das zweijährige Jubiläum im Februar auch wieder. Zwei Jahre Cut-Baddy. Ja, das ist krass, dass es jetzt schon so lange eigentlich geht, ne? Insane. Die Zeit ist wie im Fluge vergangen bis jetzt. Absolut. Und... Hättest du gedacht, dass das zwei Jahre lang dauert? Oder zwei Jahre lang anhält? Ne. Am Anfang? Ich dachte ehrlich gesagt, dass wir nach dem ersten Mal am Land pleite sind. Das hätte gut passieren können. Oh, Falter für Dennis! Oh yeah! Geil! Das hätte auf jeden Fall gut passieren können. Und jetzt sitzen wir hier einfach schon seit zwei Jahren, machen Booster auf und haben uns, ja, ich sag mal, von kleinen Openings bis zum Tausender Opening hochgearbeitet, sag ich jetzt einfach mal. Das ist echt krass. Ne, aber wir haben ja jetzt, wie gesagt, dann unser Büro. Ab März bin ich ja jetzt dann bei dir hier in der Gegend, kann dann Vollzeit hier auch wieder... Oh, Relaxo! Oh! Und ein Sonderbonbon. Relaxo VMAX. Das ist die schönste VMAX-Karte, finde ich, in dem Set. Ich weiß, ich feiere das Artwork so hard. Das ist richtig, richtig nice. Die müssen noch in Rainbow... Die müssen noch in Rainbow... Oh, zwei Sonderbonbon in einem Booster. Das ist sehr, sehr nice. Was ich sagen wollte, wie gesagt, jetzt im April, das wird noch so ein Übergangsmonat quasi. Ab März werde ich da sein, da werden wir das weiter auch aufbauen. Und ich denke mal, wenn das alles soweit steht, wenn wir uns auch dransetzen, dass wir nochmal so ein Special Einweihungs-Stream oder irgendwie sowas, ein Event auf jeden Fall nochmal machen, würde ich mal sagen, das ist schon... Celeby. Sehr schöne Karte. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall ein Goal, was wir haben, dass wir das machen werden wollen. Würde ich mal so sagen. Sollen wir die Holo-Karten eigentlich zusammen mit auf den Pott legen? Ne, lass mal die Holo-Karten einzahlen und die Karten einzahlen. Also Leute, da wird auf jeden Fall einiges auf euch zukommen. Wird jetzt halt nicht direkt zum zweijährigen Jubiläum kommen, sondern halt später. Einfach den Umständen entsprechend. Aber die Umstände sind ja halt auch ziemlich vielversprechend. Adressbuch, sehr schöne Karte. Und ich sehe schon den nächsten Hit. Oh, ein Full-Art von Ihnen genau. Die habe ich auch noch nicht gesehen. Oha. Geile Karte. Und ich ziehe meinen vierten Full-Art. Merkst du das? Ja, läuft bei dir. Mach mal weiter so. Die Full-Arts sind auch einfach so schön. Die Full-Art-Karten. Ja. Absolut. Oh, der Hammer. Der Hammer. Einfach nur der Hammer. Yes. Freust du dich auf die Zukunft, Dennis? Ja. Die Zukunft. Ich glaube, das wird eine gute Zeit. Und oh, wir haben Humanolith. Humanolith. Herrgott. In Rainbow. Die habe ich auch noch nicht in Rainbow gesehen. Und die sind... Doch, also ich muss sagen, die neuen Rainbow-Karten sind doch auch sehr, sehr nice aus Rundenfalter. Wie gesagt, wenn da die Secret Rare Shinies davon kommen, das wird richtig, richtig gut. Hast du die Karte schon gesehen? Ja, oder? Nicht? Doch, klar. Die habe ich gesehen. Muss ich dir... Da wird auch ein Fall davon... Den Fall davon habe ich sogar gepostet in Discord. Achso, das habe ich nicht gesehen. Ja, wollen wir nicht die einzelnen Karten jetzt aufeinander legen und dann die, so, die wir das letzte Mal gemacht haben? Kann man machen. Let's go. Noch ein Humanolith. Timos Sohn, der ist auf jeden Fall sehr, sehr hoch frequentiert hier am Start. Hopp, Pokokom. Der gute Hopp, den wollen wir am besten vermeiden. Ob das wir den nicht viel nehmen. Und schauen wir gleich mal. Austoss. Hier, das gute Patinarayor. Wir müssen uns noch so ein bisschen mit dem... Ich muss mich mit dem Namen immer noch so ein bisschen einfinden. Aber ich finde das Pokémon-Kartier Also ich kann das schon alle auswendig. Du kannst mir irgendein Pokémon zeigen, ich kann dir den Namen schon mitzeigen. Sehr schön. Double Tortenator. Double Tortenator. Nice, nice. So, dann gucke ich mal, was hier noch schon so schöne Fragen rausgekommen sind. Was war der beste Puls, den wir jemals hatten? Ich hab's schon angelegen. Ich glaub, da gab's einige, und zwar die ganzen Rainbow-Sharizards. Die waren... Zum Beispiel die eine Top-Trainer-Box, die beim Battle-Bear aufgemacht haben. Aus Meister der Drachen, wo... Ich weiß nicht, Leute, ihr müsst euch das... Das ist in den Kanal-Highlights. Wenn ihr das Opening noch nicht kennt, schaut mal in die Kanal-Highlights. Dieses Opening wird in die Geschichte eingehen, heißt das, glaube ich. Da hatte ich, glaube ich, ein Altaria-Holo gezogen. Und du hattest vorher gesagt, wenn ich ein Altaria-Holo ziehe, dann zieh ich die Gold-Karte. Ich hab das Altaria-Holo gezogen, er zieht im nächsten Pack die Gold-Karte. Das sind so Openings, die... Das ist einfach... Du denkst, das kann nur geskriptet sein, aber war's halt nicht. War's halt absolut nicht. Oder zum Beispiel... Auch ein gutes Beispiel. Einfach mega geil. Oder zum Beispiel auch einfach das... Ja, das... Die erste Folge Cash ging damals gegen Dario. Das war ja auch... Die erste Folge aus dem Format einfach nur krank. Wobei ich hab' gefühlt, wenn wir mit Dario aufnehmen, sind die ersten Folgen immer nice. Weil Dario hat in seiner ersten Folge Direkt-Selchen... Beziehungsweise... Ne, sagen wir mal Center. Oder sehe ich? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall die Gold-Karte gezogen. Im ersten Gold-Rausch-Format. Das war schon... Ja. Hat schon wieder gut gepasst. War sehr, sehr speziell, sagen wir es mal so. Also wir hatten schon echt einige krasse... Krasse Hits. Wir müssen auch mal den Booster-Counter noch mal aktualisieren, ne? Wir haben ja jetzt... Da kommen ja jetzt noch mal tausend Booster drauf. So. Wir haben schon wieder einfach nur Bull. Also da war einiges dabei. Wieso wir das Tauser-Opening bis jetzt noch nicht gestreamt haben? Wie gesagt, ich glaube, da werden wir hin und wieder mal... Vielleicht werden wir das in Zukunft mal machen. Müssen wir mal noch Ausführungsgutchen. Bis jetzt hat es halt leider nie funktioniert, weil zum Beispiel bei Dennis das Internet nicht funktioniert. Nicht dafür ausgelegt, bis zu streamen. Leider. Oh ja, bei uns sind wir irgendwie noch nicht dazu gekommen. Und... Oh, da ist sie. Oh, liebe Omi. Hallo. Die Forschung des Professors. Die Fullart-Trainer-Karte aus dem Set, die wir unbedingt ziehen wollen, weil es einfach die spielbarste und beste Karte ist, die man ziehen kann. Und ja, braucht man eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Deswegen will man die Karte aber ziehen, weil sie einfach verdammt, verdammt, verdammt gut ist. Wir haben sie ja tatsächlich... Also, die Olo-Karte, ich weiß nicht, die hat bei uns bis jetzt auf dem Kanal sehr, sehr viel Glück gebracht. Und ja. So. Aber sowas von... Interessantes. Kommt auf Yu-Gi-Oh! oder Digimon-Content. Also, die Sache ist, ich glaube, auf diesem Kanal werden wir uns auf jeden Fall auf Pokémon-Sachen konzentrieren. Ja. Wenn wir vielleicht mal... Wir haben ja gesagt, wie gesagt, wir sind ja jetzt dabei, den Shop aufzubauen und so. Der wird jetzt auch erstmal nur sich in Pokémon-Karten drehen. Aber man weiß ja nicht, was quasi so in der Zukunft passiert. Und es kann sein, oder ich denke mal, dass wenn das alles gut läuft, alles gut funktioniert, dass wir dann auch weitere TCGs... Relaxo, sehr schön. Und Rihon, ja. Dass wir dann auch weitere TCGs mit reinnehmen. Und ich denke mal, da wird dann auch sowas wie Yu-Gi-Oh! mit dabei sein. Auch Magic oder so. Alles, was es quasi gibt. Ja. Also, ist auf jeden Fall... Ich sag mal, ich denke mal, ist ja auch irgendwo das Ziel irgendwann, wenn wir mal weitergehen wollen. Also, ist natürlich jetzt nicht das nächste Ziel, aber vielleicht irgendwann. Äh, ja. Ich denke mal, irgendwann in der Zukunft. Irgendwann. Die Zukunft. Ich mache mir hier mal wieder ein Fachzwein für die ganzen Bull-Karten. Ist das jetzt eigentlich das andere Belektro, oder? Was? Das müsste jetzt ein anderes sein. Gibt es auch zwei Belektros? Es gibt zwei Belektro, oder? Müsste ich auch nicht. Es gibt auch zwei Anacondas. Ich glaube zumindest. Es gibt ziemlich viel Doppel, oder? Das ist so crazy. Das ist crazy. Und kommt man 2000er Open, ich denke mal, so in Videoform reicht ein 1000er Open, auf jeden Fall locker. Aber, wir haben ja die 1500 Booster damals aufgemacht und haben gesagt, yo, es wird natürlich noch ein bisschen dauern, bis wir sowas machen, aber eigentlich können wir diese 1500 Booster-Marke nicht stehen lassen. Die muss natürlich irgendwie noch fallen. Also, ich denke mal, die wird auch immer sehr wohl, ne? Die wird sehr wohl wahrscheinlich irgendwann fallen. Ja, soviel dazu auf jeden Fall, ne? Man muss fairerweise sagen, es waren ja nur 1422 Booster. Ja, knapp 1500, man kann ja so, man kann ja gut hochhechern. Auch noch interessante Frage, was waren jetzt die Beweggründe, weshalb wir jetzt das Büro, Studio, Kartenhaus gemietet haben? Was war die Beweggründe? Expansion, Leute! Auf jeden Fall war das. Mehr Karten brauchen mehr Platz. Dass wir das Ganze halt einfach auf ein neues Level heben wollen. Ja. Weil im Endeffekt arbeiten wir von, die ganze Zeit ja, von zu Hause aus, bei dir aus dem Kinderzimmer quasi. Und es ist wirklich die letzte, Dennis hatte ja eigentlich keinen Platz zum Leben. Ich lebe gar nicht mehr. Muss man so sagen, es ist einfach viel zu eng und wir wollen das halt ganz so ein bisschen, ja, das Game ein bisschen, oh, nice! Next one! die Oma! Die Oma! Du bist uns hollig! Die Oma! Geil! Oh mein Gott, wie gut das ist, dass wir die schon wiederziehen. Nehmen wir! Nehmen wir immer! Die nehmen wir auch immer mehr! Ne, wie gesagt, wir wollen das Ganze halt auf so ein neues Level bringen quasi. Und ja, dafür haben wir halt, wir haben halt mehr Platz für die ganzen Sachen, für angenehmer zu arbeiten. Wenn der Online-Shop jetzt kommt, dann brauchen wir einfach mehr Platz. Wir können ein festes Aufnahmestetter machen. Ihr müsst euch das vorstellen, jedes Mal, wenn wir aufnehmen, bauen wir das immer auf und wieder ab. Oh, das ist teilweise echt anstrengend. Echt Cancerino! Und ja! ich habe auch ein Relaxo. Sehr schön. Die sieht aber auch wieder. Die ist jetzt aber, die ist aber ziemlich blass jetzt. Ich habe das Fullart hier. Und, 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 und? Sonne Mo! Uh, Mo! Meopenko! Ey, ich habe bisher nur Fullarts gezogen. Hast du wirklich bis jetzt nichts anderes? Ja doch, auch ein paar V-Max-Normale, aber meisten Fullarts kommen von Mo! Sehr schön! Oh, wow! Oh, die Fullart-Karten sehen so gut aus. Guck mal, die meisten Karten jetzt sind super gecuttet, ne? Also, wir hatten jetzt keine Off-Cut-Karte dabei, die sehen alle super gut aus. die Qualität... Die in den Pre-Release-Kits waren relativ meh. Aber die sind richtig, richtig gut. Haben wir hier ein normales Mo! Mo! Peko schon dazu? Nee. Und ja, zu der Studiosache doch. Wie gesagt, ich werde dir jetzt Studium erstmal pausieren. Und die gewöhnliche Agel! Direkte hinterher, Leute! Sehr schön! Also, ich bin so gehypt, ey! Der Gold-Junge ist wieder am Start! Ich muss ehrlich, ich habe die letzten Tage einen Kommentar gelesen, warum wir ein Tausender-Openings von dem schlechtesten Set aufmachen. Dieser Set ist gar nicht schlecht, Leute! Das ist... Hier sind so viele tolle Karten drin! Und allein, dass die Vielzahl an Karten und an Hits die man hier... Mary... Uuuuuh! Die Mary and Fullard! Mrs. White! Also, gerade kommt alles, ne? Ja, ist auch gut! Sehr schön! Ja, es ist... Man kann sagen, es ist bis jetzt das beste Schwert- und Scherz-Set, was draußen ist. Guck mal, wenn man bedenkt, in SM1 waren nur... nur... 8 GX-Karten drin. Echt? Man, da so wenige! Es waren die Zaiwis, Lapras, Tauros... Ähm... Was war da noch drin? Ooooooh! Metallplatte in Sea Goodreader! Alter, was sind jetzt los? Jetzt kommt gerade... Ah, es kommt Dennis, hol jetzt noch Sälchen oder Sama Center in Gold! Hol die jetzt! Ja! Jetzt ist gerade der Moment! Warte mal, habe ich irgendwas nicht gesleeved? also... Jetzt ist der Moment, Dennis! Oh, Junge! Okay, So, Polo-Karten kann man gerade da nicht legen. Wir reden gleich über das Studio noch weiter. Aber jetzt sind wir gerade im Mood. Ja, wie gesagt, und... Es ist einfach was los in dem Set. Und das ist halt das Geile. Ja, es sind geile Reprints drin, muss man sagen, für gute, gute Karten. Wir haben einige Sachen, die verändert sind. Das Einzige, was ich... Es gibt zwei Sachen, die ich an dem Set schade finde. Zum einen sind die Feentypen raus. Drachen-Pokémon haben wir halt jetzt keine gesehen. Man weiß nicht, ob die auch... Wurde nicht offiziell announce, dass sie raus sind. Kann sein, dass sie draußen sind. Kann sein, dass sie weiterkommen. Wäre natürlich schön, wenn sie weiterkommen würden. Und, was ich schade finde, ist, dass die alternativen Artworks nicht weitergeführt wurden. Weil die alternativen Artworks war am Ende von Sonne und Mond wirklich das Schönste. Ja, gut, aber die alternativen Artworks sage ich jetzt machst du ja in dem Sinne von hier. Guck mal, das ist doch eigentlich auch... Ja, das ist doch hoch. Ja, das ist doch hoch. Dass sie die Full-Arts komplett überarbeitet haben. Ja, das auf jeden Fall. Da bin ich auch direkt bei dir. Ich sag mal, meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Ja, definitiv. Deswegen sage ich ja, das Einzige, was ich zu beanstanden habe, wäre dann das quasi. Aber wobei jetzt, wo du es sagst, ja, das könnte sein, dass man sagt, die V-Macs sind die neuen Alternativen. Doch, das stimmt schon. Das ist eine gute Sache. So, da haben wir gerade mal ordentlich rausgehauen. Also bis jetzt, gefühlt aus den Pre-Release-Kids sind die gefühlt noch nichts aufgemacht. Ja, gefühlt noch nichts aufgemacht. Und super viel. Ihr müsstet mal, warte mal, wir machen das jetzt mal für den Vlog. Ja, schreibt meine Mac. Schmeine Maci. Wenn ihr gerade das Tausender-Openling gesehen habt, Leute, wir sind jetzt, Dennis, wir haben noch nichts aufgemacht, aber schon wahnsinnig viel gepullt. Ja, Team Yell. Wir haben schon einiges gesehen. Und guckt euch das Opening auf Winfern nachher mal an. Das war super, super gut. Und ja, wir haben noch so viel. Mist. So nice. Ja, so viel mal zwei. So viel mal zwei, ja, ja. So, jetzt werden Tausender-Video noch ein bisschen gevloggt. Kann man auch machen. Wie gesagt, ich war ja dabei, dass ich das Studium jetzt erstmal pausiere, quasi, um das hier ausprobieren Vollzeit zu machen. Je nachdem, wie das Ganze dann klappt. Weil ja, da müssen wir halt, gebrauchen halt einfach den Platz irgendwo. Ich kann ja irgendwo auch nicht sagen, ich komme jetzt ein halbes Jahr hierher und ziehe bei dir zu Hause ein. Das funktioniert ja auch nicht. Das hat meine Mutter auch gesagt. No. 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 Von daher, das wäre mir auch nicht recht. Und deswegen, ich habe übrigens die erste Forschung für Professor Holo gezogen. Sehr schöne Sache. Und ja, deswegen war halt eigentlich so die einzige, es war ja irgendwo auch ein Traum quasi von uns, dass wir irgendwann mal sagen können, so, yo, wir haben jetzt ein eigenes Büro-Studio und da wir jetzt gerade bei einem Jahr da und doch mehr Studio oder wie ich denke, sagen wir einfach Kartenhaus. Wir haben Kartenhaus so ein bisschen gesagt. Ja, und weil wir halt gerade in der Lage sind, zu sagen zu können, so, yo, wir können vor allem, und muss natürlich auch nochmal Danke sagen, all die Gewissen mal gucken, dass wir sagen können, von den YouTube-Einnahmen finanziert sich das wirklich, größtenteils. Dann haben wir gesagt, okay, wollen wir die Möglichkeit dazu haben? Und da haben wir auch einen sehr, sehr guten, also, wir können glaube ich ganz zufrieden sein mit dem Objekt quasi gefunden, was wir gefunden haben. Der Vermieter ist auch echt ziemlich korrekt. Er ist auch echt, ja. Er ist auch echt, ist kein Fake, Leute. Er ist keine Maschine. Er ist ein Mensch aus Fleisch und Blut. Er ist auf jeden Fall ein korrekter, korrekter Dude, der das auch ganz in den Sun fand, was wir machen. Und, Seychie. Sehr schön. Nicey. Und uns auch, bei der Belina sagen wir, neisere. Nicey, ja. Oh, Pikachu haben wir natürlich auch wieder hier im Set. Sehr schön. Ja, ne, da war bei uns auch teilweise sehr zuvorkommen. Das hat er sehr gut gepasst und deswegen ist es halt jetzt schon eine Zeit, dass wir jetzt ein Studio haben. Ein Kartenhaus. Und ja, das wird eine gute Sache. Und, Moruda. Moruda. Gibt es ja auch eine Vollart von, Ja. Es ist irgendwie, es fühlt sich gut an, dass es jetzt nicht mehr so viele Rainbow-Karten gibt irgendwo, oder? Ja, muss man sagen. Das ist vollkommen okay. Weil es hat teilweise imenigen Toxifak in Holo und wir auch mal wieder. Auf jeden Fall. Und leider neue Kram auch. Und nimmt das hier alles auf? Dann nimmt nur alles auf. Leute, wir müssen ja immer gucken, was das Setup hier noch steht, weil... Let's go! und Morpeko in der Vollart. Noch kein normales Morpeko gezogen, aber die Vollart schon zweimal. Ich finde, ich weiß nicht, ich mag Morpeko übelst. Ich finde, das ist ein super cooles Pokémon. Gibt es ja auch... Du magst es übelst nicht und übelst gerne. Ach so. Das ist ein super cooles Pokémon. Da gibt es ja auch, wo sind die Blister? Keine Ahnung. Gibt es auch Blister-Openings, haben wir auch wieder nachher einiges geplant. Limo. Es kommt einiges an Konten wieder. So. Es geht auf jeden Fall jetzt wieder richtig los. Chiller Bell, sehr schöne Karte und weiter geht's. Was dann natürlich in Zukunft auch öfters mal kommen will. Du hast schon gefragt, hier muss man mal einen Gaming-Kanal machen. Livestream werden wir dann aus dem Studio beziehungsweise aus dem Kartenhaus raus auch und das ist auch definitiv eine Sache. Uh, Urgele in Regular. Sehr schön. Urgele, Urgele, Urgele. Also vor allem Livestreaming ist denke ich mal so eine Sache, die wir auf jeden Fall in Angriff nehmen wollen in Zukunft und wir haben so viele Sachen geplant, weil du sprudelst nur vor Ideen eigentlich, die man unbedingt umsetzen muss. Auch eine Sache, dass du einfach, wenn du wirklich die, dadurch, dass wir wie gesagt immer mehr als 200 Kilometer auseinander gewohnt haben und nicht so wirklich den Platz hatten, blieben halt viele Ideen immer auf der Strecke und wenn man halt wirklich da sitzt, die ganze Woche daran arbeiten kann, kann man so viel umsetzen, und ja, natürlich da, was das angeht, gerade erst am Anfang, aber zumindest mal viel versprechen. Und wir haben eine Holo Mary. Das war wie immer eine gute Karte, das Thema hätte ich fast vergessen wirklich anzusprechen. Schöne Holo Karte hier, windvoll wieder im Stirt. Nice, dann schauen wir mal, was hier noch so schönes bei rumkommt. Würde ich dir empfehlen, jemandem empfehlen, mit YouTube anzufangen, also mit Openings. Oh, 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 noch mal die Mary. Full Art Mary, geil. Oh, gut, ich habe gedacht, ich hätte das vielleicht auch noch Full Art noch. Nice, wir haben, Mary ist ja auch so eine Karte, die könnte auch noch gut werden, so im Laufe jetzt. Wobei, die ist auch eigentlich schon ganz gut. Ja, das ist nicht nur gut, das ist auch so eine kleine Fan-Favorite-Geschichte. Das ist eine Fan-Favorite-Karte, die ist relativ gut spielbar, finde ich, so ein bisschen N-mäßig. Zum Beispiel, wenn du ja weißt, das Gute ist ja, mit der Karte hatte ich am Prolease so den einen oder anderen Struggle, wenn du weißt, der Gegner hat gerade irgendwie gute Karten sich aus dem Deck gesucht und letztens hat die gerade auf der Hand, kannst du Mary spielen und dann muss er die Karten nicht mal einfach nur ins Deck mischen, er muss sie unter das Deck legen. Das heißt, wenn der Gegner, er muss dann eigentlich praktisch eine Karte spielen, wie es ihm erlaubt, das Deck zu mischen, weil sonst hat er seine Karten gelockt unten. Genau, oder halt natürlich eine Karte raussuchen, mit der er explizit die Karte raussuchen kann, aber wenn er die halt theoretisch nicht hat und nur ziehen kann, weißt du halt, okay, die ist unterm Deck, er kriegt die Karte gerade nicht und das hat mir zum Beispiel beim Pruning sehr, sehr, sehr wehgetan teilweise und das könnte definitiv auch, was das angeht, schwierig werden. Noch ein Chill-Labell, sehr schön und ein sehr gutes Pack, deswegen, selbst wenn man nicht einen Hit hat, man kriegt auf jeden Fall sehr gute Karten teilweise hier raus. und wir haben wieder das. Wir haben ein sehr wohl. So, jetzt wollen wir aber mal hier ein Säelchen in Summer Center ziehen in Gold. Darym's hat fünf Stück von den beiden Karten also insgesamt gezogen in 1.000 Buße aufgenommen. Das heißt, das müssen wir schlagen. Das müsste drin sein. Ja, Säelchen, wenn er das schafft, dann können wir das auch schaffen. Liberlo und Relaxo geführt die häufigste V-Karte, die wir bis jetzt gezogen haben. Aber, damit bin ich voll fein, weil Relaxo ist ein cooles Puppen. Guck mal, Relaxo war die erste GX-Karte, Relaxo ist eine der ersten V-Karten. Relaxo ist immer vorne mit am Start. Oh, Montenema. Nice. Has the folder oder für Dennis? The good folder Roselia Galagaloppa von die Fraß Nicht. So, so, so. So, der gute Pokelkomm 3.0, sehr schön. Oh, das Gengar, das ist eine schöne Rollo-Karte. Das ist eine richtig schöne Rollo-Karte. Pokelkomm 3.9, mal geil. So, hast du auch gezogen. Sehr nice. was du kannst, kann ich schon lange. Da habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. So, einmal eins liegen und let's go. Also, ach ja, übrigens, für das Thema, ob ihr mal anfangen würdet, mit Openings anzufangen, warum nicht? Warum nicht? Man sollte das aber, man sollte aber bedenken, dass man das Ganze natürlich noch aus Spaß machen sollte und nicht, weil man irgendwie krass was erreichen will auf YouTube. Das ist sowieso Punkt Nummer 1. Also, wenn du was auf YouTube erreichen willst, dann musst du tatsächlich was anderes machen mit Pokelkarten. Das kann man, das kann man eigentlich so sagen. Also, just for fun. Noch ein Servo. Mach, ähm, mach Pranks oder sowas. Die, ne, äh, kleine Anekdote zu so manch einem YouTuber, der es mit sozialen Experimenten so weit treibt. Bittini in V, eine sehr schöne Karte. Davon gibt es keine Full Art, oder? Nein. Ich glaube nicht. Das ist schade. Von Celebi auch nicht. Das war eine japanische Deck-Promo. Und Celebi genauso. Aber schön, dass die wenigstens dabei sind. Ja, wie gesagt, just for fun, warum nicht? Man muss natürlich darauf bedenken, dass Popen-Ukarten teuer sind. Das darf man natürlich nicht vergessen. Wenn ihr das nur macht, um eure Sammlung mit Leuten zu teilen, dann ist das voll fein und spricht nichts dagegen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Dann können wir auch nochmal eine Frage stellen, die ich immer noch sehr, sehr oft gestellt bin, weil ja auch immer wieder neue Leute dazu kommen. Wie finanzieren wir das Ganze überhaupt? Wir verkaufen die meisten Karten wieder. Direkt. Lampi. Und wo war das? Man kann eigentlich sagen, wir sind ein Pokémon-Karten-Shop. Man könnte sagen, wir sind mehr Pokémon-Karten-Shop als Sammler und haben halt einfach, das habe ich auch schon oft gesagt, mir persönlich macht halt das Booster-Aufwand viel mehr Spaß, dass die Karten so richtig sammeln. Es gibt natürlich einige Karten, die wir privat noch sammeln. Du hast noch eine Falter-Sammlung. Daher auch der Falter für Dennis. Hashtag. Oh, Patina Raya in Holo. Ich habe mir jetzt mein Purlis das Glurak in Holo gekauft, einfach mal, weil ich so gedacht habe, ey, irgendwie irgendwie habe ich die Karte gefühlt und dann habe ich so gedacht, okay, die hole ich jetzt für meine private Sammlung. Die wird ja so aufgeschwatzt. Die wurden ja in den Privat nicht gezwungen. Nee, ich habe die wirklich so ein bisschen gefühlt. Ich fand die irgendwie cool. Und ja, deswegen, das meiste, deswegen haben wir kein richtiges Sammlungsvideo oder können wir kein Sammlungsvideo machen, weil wir halt so gesehen keine richtige Sammlung haben. Aber ich denke mal, es wird auch im Zuge, wenn wir vor allem die Zeit dafür haben, auch mal ein privates Sammlungsvideo machen, wenn du mit deiner Sammlung vielleicht auch fertig bist. Oh ja. Nein, gut, fertig muss ja nichts sein, aber ich habe noch so viele Lücken, die würde ich gerne erst noch mal füllen. Genau. Genau. Also da kommt dann theoretisch auch mal was. Soll ich das Vitalitär? Humor, Relaxo. Relaxo VMAX. Sehr schön. VMAX fehlt denn dann noch? Lapras haben wir noch nicht gezogen. Lapras haben wir noch nicht gezogen. Auch die schönste hier auf dem Booster-Artwork drauf. Bin ich blind? Ach ja. Wie viele Goldkarten haben wir schon gezogen? Äh, viel zu ziehen. Super viele. Einige. Keine Ahnung. Ich glaube, da haben wir aufgehört zu zählen. Wir haben jetzt noch mal gezählt, wie viele Booster wir uns gelangen haben. kann er aufmachen. Ich glaube, das ist auch okay, wenn wir es dabei belassen. Von den Goldkarten können wir. Wobei, man kann natürlich jetzt mal noch die Sonne-Mond-Karten, die kriegen wir glaube ich noch zusammen. Ich glaube, wir haben insgesamt drei Lunala Gold gezogen, oder? eine Off-Cam, zwei On-Cam. Wir haben keine Sorge, Leo Gold gezogen, das Ultra-Necrosmo haben wir zweimal aufgezogen. Ja, und dann haben wir noch ein paar Rikis gezogen. Ein was? Ein paar Rikis aus Verborgen. Ach so, ja genau, die natürlich auch, die waren natürlich auch dabei. sind ja auch Gold. Ja, klar, stimmt, ich habe die schon fast so gerne. Lieberlo, meine Lieblings-Volokate vom Flügelingst. Stimmt, die Karten haben wir fast vergessen, dass die auch noch dabei waren. Die sind jetzt auch doch, also, irgendwie waren die so richtig, wie der Haboriki. Stimmt, die gibt es ja auch noch. Die haben auch noch nicht gezogen. Gras, so viele Karten, die man noch nicht gezogen hat. Wo wir gerade von den Kapus reden, bin mal gespannt, ob wir tatsächlich es schaffen, das Set komplett zu ziehen. Yes, das wird interessant auf jeden Fall zu sein. Weil sie noch zu den Kapus sagen, die wurden so ein bisschen runtergespielt, am Anfang, aber eigentlich sind sie doch ganz schön selten, muss man sagen. Verborgenes Schicksal, auch so eine Sache. Das wäre so, wir sind mal gespannt, was dieses Jahr von Holiday Set kommt. Kann sein, dass auch noch mal schimmernde Karten dabei sind. Ich habe noch, ich habe so ein paar Infos aufschnappen können, aber noch keine richtig genau. Da könnte was, könnte was Interessantes auf uns zukommen. Sendung, mit der E-Testwand. Dennis, wieso Haare, also, wieso gefärbte Haare, kommt ein Greenscreen? Ich weiß jetzt zwar nicht, was das mit einem Greenscreen zu tun hat. wo ihn genau. Nein, äh, hab einfach mal die Haare gefärbt. Dann hat er einfach Bock so da drauf, ne? Ja. Warum nicht? Eigentlich keinen, keinen besonderen Grund. Dabei muss man dazu sagen, dass meine Haare viel, viel rosaner war. Zum Pöleasing hat es lauter, da waren die wirklich pinkisch. Seht ihr auch ein Block? Schmetterhammer und Hübertrank. So, Goldini, Rosalia, Pampos. Ja, keine Ahnung. Wenn das Video 1000 Likes erreicht, dann wird es hier die Haare blau. Blau? What? Okay. Wortfall. Das müssen wir in der Zeit, wo ich hier bin, auf jeden Fall noch irgendwann machen. Regirock. Stimmt, die gibt es ja auch noch. Wow. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ja, wir haben noch keinen Morpeco gezogen. Immer noch nicht. aber also, normalen Regular haben wir noch nicht gezogen. Das glaube ich. Aber krass, das siehst du auch mal wieder. Ich glaube mal, ob wir irgendwas vergessen haben. Wie selten die Karten teilweise sind. Wir müssen ja wieder... Wir haben noch kein Caldeo. Caldeo? Ah, stimmt. Stimmt, Caldeo ist ja auch noch da. Kein Zobiris. Komm, stimmt, Zobiris ist auch noch da. Ey, Leute, okay, das Set ist doch größer, als ich jetzt irgendwie so beim Durchblätter. Von dem Ding habe ich so gedacht, wow, das Set ist eigentlich gar nicht so groß. Aber doch, es ist genauso wie bei den letzten Tausender Openings. Du sitzt da und denkst, ah, die haben auch noch nicht gezogen. Die haben auch noch nicht gezogen. Und Kaburiki, da kommen sie. Ich hätte gerne mal was von den anderen Kaburik. Kaburiki hat jetzt schon so viele Karten bekommen. Ja, irgendwo ist es dann auch langweilig. Gerade Kaburiki. Es ist so ein Overprint. Es ist so ein cooles Pokémon, aber irgendwo ist es auch zu matsch. Es gibt etliche Promos zu dem Vieh. ach, das ist einfach noch. Barrikalax in Houlout. Dann war noch eine Frage, sei ich auch, bei Events anzutreffen? Yes, wir sind meistens bei den Proodies Events anzutreffen. Irgendwo quer in Deutschland. Und ansonsten, wenn wir normalerweise irgendwo sind, zum Beispiel seit Gamescom dieses Jahr, vielleicht die Worlds, man weiß noch nicht so ganz genau, was so passieren wird. Da werden wir das auch vorher ankündigen. Und ja, ich denke mal, damit sollte die Frage auch beantwortet sein. Oder? Ja. Dann auch noch eine Frage zu dem Thema, wie wir uns kennengelernt haben und wie wir dazu gekommen sind, in den Kanal zu führen. Uh, was soll Forschung des Befass? Diesmal haben wir sie sehr selten gezogen. Wie haben wir uns kennengelernt, Dennis? Es gibt nur ein Wort. Discord. Und apropos Discord, Leute, Joint up on Discord, PerfecTVs, ist unten in der Videobeschreibung, verlinkt. Dort könnt ihr mit uns sehr gerne schreiben. Auch wenn der darständig auch wirklich nicht stören ist. Schreibt ihr einfach an. Das liegt einfach nur daran, dass ich auf die Nerven nehme. Das liegt einfach nur daran, dass ich einfach diese, die Töne nicht, mich nervt einfach, aber wenn mein Handy die ganze Zeit bimmelt. Ich weiß schon, dass du die alles stumm schalten kannst. Die Kanäle, ja. Aber die VPNs und so weiter und so fort. Aber, ja. Nevermind. Der gute Discord. Ja, wir haben uns damals über, ich hatte ja vorher einen Kanal, den Poké-Reclair-Kanal. Den kennt wahrscheinlich jetzt mittlerweile keiner mehr. Oh, tippt ihr. Und Stefan ist ja mehr oder weniger so der Anfang allen Übels quasi. Über den haben wir uns alle kennengelernt. Und Rerog in V. Jetzt kommen auch die Karten wieder, die wir immer wieder mal nicht gesehen haben. Ja, keine Ahnung. Da waren wir dann so in der Gruppe zusammen, haben dann immer mal wieder so gequatscht und gelabert und hatten Schnapsideen und haben gedacht, jo, wir machen das jetzt einfach mal zusammen. Und dann haben wir es gemacht. Und seitdem machen wir es halt immer noch. Ja. Irgendwie. Ja, dann sind wir dann auch dann mal auf die Idee gekommen sind, ah, komm, lass auf unser erstes Pre-Release fahren. Das war damals so nach den Flammen, sind wir nach Düsseldorf fahren. Die war das nicht, war der nicht schon zu Stunden und der Richter. Nichts? Düsseldorf. Ja, und dann ging eins zum anderen und so hat das Ganze angefangen. Und man könnte sogar jetzt sagen, unser neuestes Mitglied unserer kleinen Familie ist die Good Lenny. Macht auch gute Content. Es kommen auf jeden Fall immer weiter stetig Leute und neue Leute dazu. Es ist so crazy, wie man gefühlt, wie groß die Gruppe mittlerweile geworden ist oder wie viele Leute man mittlerweile kennt durch die ganze Sache. Was für eine Community man aufgebaut hat, wie geil die Wochenenden sind immer. Es ist schon crazy, was so daraus geworden ist eigentlich aus diesem... Ja. Ja, aus dem ich mach die Kamera ein und mach nichts da auf. Ja. Es ist schon crazy. Es ist schon einfach verrückt. So. Kamera läuft auch noch. Lange nix mehr krass. Ja, irgendwie ist es... Ich wollte es gerade nicht sagen. Die Hornet. Die ganze Zeit Holokarten oder sowas. Das ist noch am Start. Aber nichts, nichts Weltbewegendes. Da war so zwischendrin mal auf einmal so ein richtiger Boost. Wo Goldfullart, Fullart, Goldfullart dabei war. Und dann... Das andere Belekt. Ein Belektro. Aber ich hab auf jeden Fall ein gutes Gefühl, dass hier noch was Gutes drin sein wird. Na, wir kommen mal im Predigt von 22 Chillabelt ja doch. Immer näher. Ja, müssen wir mal schauen. Seht ihr auf jeden Fall im Recap-Video. Da werden wir nochmal... Ich sag mal, durchschnittliche Pull-Rate durchgehen. Durchgehen und... V-Max-Mor-Pack-O. Sehr schön. Deine Maxing. Relaxo-Pockfänger. Nothing. In this pack. So, Leute. Ich muss mal eben mein Wolk wegschauen. Warte, 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 warte. Oh, Bettis. Der gute Bettis. Oh, die Full-Rate-Trainer-Karten sehen auch so gut aus. Einfach, die sehen so gut aus. Und noch ein Flottball und ein Luftballon. Das ist ein saugutes Pack gewesen. Super schöne Full-Rate. Und jetzt fehlt regularmäßig quasi nur noch Team Yell-Rüpel. Yell, yell, yell. Die müssen, glaube ich, mal die Secret-Rares irgendwie zusammen tun. Ja, das ist mir doch gleich. Gleich mal ein bisschen sortieren. Denn das macht erst noch seinen Bulk weg, damit die Facecam nicht vollgestapelt ist. Stellen wir mal vor, nachher, am Ende vom Opening steht einfach Bulk bis dahin und man sieht uns einfach nicht mehr. Gucken wir mal, ob das Ding dann noch funktioniert. Beziehungsweise ob die Aufnahme noch läuft. Oh, die Facecam. Sehr schön. Aber das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, wäre natürlich, dass die Aufnahme abbricht. So, ich setze mich jetzt wieder ganz gechillt hier hin und ich habe schon wieder was, Leute. Mach's dann. Also, ich glaube nicht. Oh, Full-Rate-Summer-Santa. Oh, die neuen Full-Rate-Karten sehen so gut aus. Und, oh, ich habe auch noch mal was. Und, zum Bier ist. Das hatten wir ja auch noch nicht. Der Newcomer hier quasi in diesem Opening. Geil. Hat lange gebraucht, bis er endlich da ist. Schöne Karte. Da sieht die Full-Rate-Karten aus. Ja, ja, ja. Sehr, sehr nice aus. Ich muss was ziehen. So, ich habe wieder was. Ich habe wieder was. Ich habe wieder was gezogen. Du weißt, ja. Was fehlt denn jetzt? Der Flottball. Von den... Stimmt, der Flottball. Und der Flottball. Und der Flottball. Und der Flottball. Flottball. Oh. Und die beiden... Ach komm, wir wollen doch weg, ey. Und die beiden Pokémon. Mal. So, und... Ein Summer Center. Also, ich habe mich mittlerweile auch sehr mit den Legendaries... Haben wir das Summer Center für Normal-Ace noch nicht gezogen? Ne, tatsächlich noch nicht. What? Ja, wir haben auch noch nicht gezogen. Aber ich muss sagen, ich habe mich mittlerweile mit den Legendaries aus Gen 8 sehr, sehr angefreundet. Ich finde sie mittlerweile richtig cool. Auf jeden Fall cooler als die Legendaries aus Gen 7. 7. Oh nein. Lunala beste. Also, Lunala ist ein super designtes Pokémon. Lampi Borpeko. Super cute. Jetzt hat die Frage, warum das so eine Rare-Karte ist. So, weiter geht's. Warum sind die Rotom's Rare-Karten? Das ist natürlich auch eine andere Frage, Leute. Ja, genau so gut sagen. Viverdrank, ja. Das habe ich nie verteidigt. Ich habe nie verteidigt, dass Rotom eine gute Rare ist. Oh, oh, oh. Und? Oh, oh, manolid. Alter, du hast noch vorm Opening gesagt, hm, die Full Art sind ja doch ein bisschen seltener. Also, wir ziehen ganz gut eigentlich. Was ist das jetzt? Wirklich gut als die Full Art. Oh, die Karte sieht so gut aus, ne? Ich finde den neuen Style von den Full Art Karten einfach mega awesome. Und ich finde auch die V-Karten cooler als die GX-Karten, muss ich sagen. Vom Design her. Ja, ja, ja. Der graue Rand bei den Full Art gefällt mir extrem gut. der schwarze rand bei den karten macht sich einfach gut es ist einfach so großes amulett wir haben was doch ihr könnt ihr mal warum wollte ich jetzt nicht ihr könnt immer gerne auch ein tipp abgeben ziehen wir das komplette set ja das wäre natürlich interessant zu wissen doppelgaunuchs ist ein guter vorbote für irgendwas spannendes hier die bunkel und noch mal dieser gute elefant flott weil auch wieder sehr sehr schöne karte bis jetzt also bis jetzt bin ich selbst vom stand her kann man sich nicht beschweren glück sei noch mal auch wieder schöne spielbare karte das ist schon ein kleines träubiger was man hier auslebt die berlo und seiner kunde er macht schon das ist schon immer wieder geil muss man immer wieder drüber nachdenken was man hier überhaupt gerade macht 1000 1000 booster so eine oma könnte mal jetzt wieder kommen oder wir haben bis jetzt gab es zwei und zwei holos aufgezogen das war bis jetzt sehr 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 gold karte und ist es vielleicht der flott ball jetzt ist der flott ball na ich muss jetzt ein flott ball rausholen okay das ist jetzt sehr nice und wir haben den flott ball in secret gear gezogen sehr schöne sache und damit fehlen uns tatsächlich was sich das angeht nur noch selbst in unserem center dass wir die karten dass wir die secret das voll hätten und die karte sieht so gut aus ja schon gezogen die drei die vier richtigen volat und direkt weiter wir haben noch mal bett ist sehr schön sehr schöne ding und läuft läuft richtig gut gerade so einmal hier noch tatsächlich das muss das müssen jetzt aber alles gut so zumindest noch vom typ her oder ja auch schon ne quatsch ich hab gedacht schon wieder dabei aber relaxo ist natürlich auch in der form hier in z drinnen relax ist immer gut dabei noch eine frage war ich glaube zwar nicht dass die ganze frage immer behandelt oder die leute die frage gestellt haben bis hierhin gucken habe ich das spiel aber vielleicht vielleicht kommt ihr ja dahin und wenn fragt zum beispiel wie hoch die stadtgebind von frühestern hier sind meistens ich sage mal 30 30 euro einmal zwischen 25 euro ist man eigentlich ich habe mal nach veranstalter man sollte auf jeden fall mal von 30 euro ausgehen wenn es dann günstiger wird kann man sich auch freuen 30 euro macht normalerweise mittlerweile jeder und da war noch danke euch immer für die geilen videos kommen dadurch komme ich immer runter nach der arbeit ja sehr cool freut uns jetzt zu hören ein spannenderes als den klang von karten aufschafft an der stelle gehen übrigens auch mal grüße raus und alle die gerade buch sortieren oder sonst irgendwas hören wir auch immer wieder leute die sich einfach unsere openings nebenbei beim karten sortieren angucken sehr wohl und ein kurdel und noch ein glücksei tatsächlich ich finde kurdel ich weiß nicht mag die ich finde es halt einfach cool wenn so karten wie kurdel urgel wohin genau und so einfach mal ultra res bekommen deswegen feiere ich sowas deswegen habe ich damals potrott auch so gefeiert potrott war einfach eine geile karte potrott mein bester das außen set das ist so ein bisschen an uns vorbeigezogen gefühl echte des donners das war energie und dame was aktuell zu unserem aufnahmesetup gehört können wir eigentlich gar nicht so richtig sagen was einfach immer noch ziemlich peinlich ist nur gelde wir nehmen nämlich immer noch mit unserem old time classic basic aufnahmesetup auf ich meine okay bei mir ist es zumindest mal schon ein bisschen abgespaced damit dem kamera haben wo man normalerweise eine kamera machen könnte besser was das machen wir jetzt von vlog wenn ich noch mal checke ob hier alles läuft so ein bisschen angst dass der kamera akku denis wir haben gerade eine frage bekommen wie sieht unser aktuelles aufnahmesetup aus kann man das zeigen oder eigentlich sehr crappy aus also im endeffekt das stativ sieht schon gar nicht so schlecht ausfindig wir haben so hier das ist unsere facecam aktuell ein schönes iphone mit so einem 10 euro stativ aber normales stativ und hier haben wir 1500 euro versus 10 euro eigentlich das ding hier ist eigentlich ganz gar nicht so schlecht das ist da am ende moment da kann man eigentlich die kamera dran drehen aber wir haben die selfie stick dran geklemmt wo wir unsere dran geklemmt das ist angeklebt ja ne da kann man kamen ja 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 das ist auf jeden fall unser setup leute nicht schön das ist nämlich nicht absolut nicht ich glaube ich hab's nicht ja let's go let's go habt ihr auch extra die exklusiven einblicke so also ich würde gerne wissen es lohnt sich ein pokémon kannst du investieren sie verkaufen und dann puls zu verkaufen weil das nämlich ausgebilden hat mein display gekauft war mein ganzes geld also hoffe ich mal ja viel erfolg ihr auf jeden fall man kann zumindest mal bei uns sagen dass sie sich gewinnt verlohnt weil das muss man aber auch sagen wenn ihr das so macht müsst ihr aufpassen weil ihr handelt dann in dem sinne schon fast gewerbt genau im endeffekt das was wir machen und das könnte dann vielleicht der steuer nicht so gut gefallen genau man muss natürlich aufpassen aber ich sag mal wenn man jetzt mal immer mal wieder ein display kaufen davon die karten verkauft wird keiner was sagen also da kann man zumindest mal sagen das ist alles easy grundsätzlich wie gesagt für uns die frage war jetzt größtenteils ob sich für uns lohnt das lohnt sich auf jeden fall man kann ja sagen so unser wir haben natürlich immer mal wieder geld reingeschmissen so in die firma hat weil ich sage jetzt einfach mal privat aber das größte investment am anfang war eigentlich dieses case ultra prisma etb könnte man sagen das war doch eigentlich so unser start startkapital war nicht nur okay oder das waren das waren zehn stück glaube ich ich glaube es waren am anfang 500 euro insgesamt die wir reingesteckt haben und von diesen 500 euro die wir am anfang reingesteckt haben 11 übrigens auch das wäre so eine schöne ich vermisse den fehlentyp man kann halt sagen von diesen 500 euro die wir am anfang reingesteckt haben haben wir bis jetzt alles größtenteils bezahlt wie gesagt man hat natürlich immer mal wieder was was investiert auch ich sag mal zum beispiel auch das hin und her fahren bezahlen auch die waren meine private ausgabe ist immer drin aber das musst du wenn du selbstständig bist natürlich natürlich so nicht immer komplett so wuss hallo wie natürlich kann es aber ich sage jetzt mal halt rein von kartentechnik los ist auf jeden fall es ist natürlich super viel arbeit das darf man nicht vergessen weil man natürlich irgendwo alles versuchen muss zu verwerten also jetzt schlecht an aber muss man halt sagen ja und dann kommt man auf jeden fall hin also man braucht auf jeden fall viel geduld man braucht da dran ich hab noch mal ein relaxe wie max und das lab was im externe durchgezogen oder haben wir nicht tatsächlich nicht jetzt wo wir davon reden wo wir darüber reden da hast du ja die karte kommen die beiden karten nebeneinander sind auch gut aus einfach haben wir müssen auch wir müssen insta fotos machen ohne ende sehr schön ja wie gesagt uns lohnt sich auf jeden fall und es macht bock ich wollte die frage was denkt ihr wie lange der schwersten schildzyklus sein wird auch circa drei jahren so eine mondkürze oder vielleicht länger also ich muss nicht so ich glaube sogar länger 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 als das läuft so was kann die bringen jetzt die lcs das heißt du bist nicht unbedingt gebunden zu sagen dass du in drei jahren ein neues spiel rausbringen und das könnte schon so sein dass das eventuell so ein kleiner indikator ist aber ich glaube auf jeden fall schild und schwert sehr cool die fehlt mir noch aber die ist ziemlich auf centert leider jetzt trotzdem mal raus vielleicht ziehen wir vielleicht ziehen wir noch eine bessere schon mal ordner wie gesagt aber ich glaube dass mindestens 12 sets kommen werden das auf jeden fall das ist auf jeden fall also zwölf setzen also bis bis es wurde es washi schwert und schild swsh wie man das hat auch jetzt abkürzen möchte wird es denke ich auf jeden fall gehen mit den zeit also es wird auf jeden fall dieses jahr noch mal ein schwert und schild 3,5 geben ich glaube mal so viel also habe ich zumindest mal so gehört natürlich jetzt nicht direkt von der offiziellen quelle aber es wurde mir zumindest mal von der verlässlichen quelle gesagt und ja ich glaube auch dass so lange was ich mir vorstellen könnte es könnte zum beispiel sein wie damals gut schiller wäre auch schon lange nicht mehr gezogen die karte ja es gab ja diamant und perl und dann gab es platin das waren glaube ich auch drei jahre und dann gab es glaube ich acht diamant und perl sets und platin sets kann natürlich sein dass es hier auch so sein wird aber ich glaube fast schon xy haben sie so gemacht sonne und mond haben sie so gemacht dass es zwölf setzen habe ich glaube ich glaube es wird auch nicht anders also das ist zumindest nur so die karte ist so könnt ihr mal jubiokarten öffnen ich als jubiokarten fände es mal interessant zu sehen wie ihr euch wahrscheinlich kaum bis gar nicht mit jubiokarten auskennt beziehungsweise wenn die jubikarten öffnet das jetzt zum beispiel so eine witzige das könnte man mal stream mäßig machen so just for fun wenn man irgendwo was kriegt oder wenn ihr uns das display zu schickt und wir öffnen es für euch im stream das so eine sache weil wie gesagt im moment jubiok keine ahnung also live stream technik das ist echt so ein wunsch von mir dieses jahr dass wir das ein bisschen etablieren dass wir ein bisschen öfters live streamen können und live stream einfach so zum geilen event machen würde es wird natürlich auch wenn super oft gefragt auch immer noch was mit einem postfach ist wenn wir jetzt dann unsere firmenadresse quasi haben dann könnt ihr da auf jeden fall auch sachen hinschicken und schon gehen das ist heute echt full art boss nicht gold fingers und den full art finger ist ganz richtig schade dass es wieder genau ist das könnte jetzt mal ein wir haben immer noch kein regular maupeco gezogen so krass wie gesagt da wird es dann auch definitiv content geben was das angeht beziehungsweise da würden wir uns natürlich sehr sehr freuen du hast ja auch schon den wunsch geäußert quasi wenn man fanarts kriegt dass man sich die auf instagrams im studio irgendwo an die wand fängt oder sowas ja ich will eine ganze wand haben das ist ja auch geil so erinnerungen unterschriebene energiekarten von euch auch und ist halt das wäre echt echt geil deswegen da starten wir auch demnächst mal was noch ein aufruf rügel jetzt ich denke das machen wir dann werden wir dann auch mit den blogs und so weiter und so fort verbinden wenn man dann das postfach an uns sind so also wenn ihr bock habt uns das zuzuschicken werde das auf jeden fall wieder könnt ihr können natürlich schon gerne das vorbereiten so ist natürlich schöne sache gefühlt haben wir bis jetzt immer noch kein einziges booster aufgemacht wenn man davon geht wie viele booster vor allem liegen wenn man nach dem zustand des bodens geht haben wir schon alles aufgemacht weil es auch schon deutlich schlimmer ausgesehen hat ich habe was schönes und zwar die letzte art die uns so noch gefehlt hat rüpel von team jell sehr schön also ich finde natürlich also team jell ist aber die frage hat sich voll aus richtig gelungen für nicht kann man kann man den nicht so sagen so dennis das heißt uns fehlt jetzt auf jeden fall ein bau oder die regular morpeco fehlten so viel bettes in rainbow und für die marion rainbow und sehen die forschung des professors und wenn wir uns für ein sächschen und sammer sender in gold immer noch keine gezogen und ja relax so rainbow wir haben das jetzt zwei rainbows nur gezogen tatsächlich oder richtig also rainbow karten sind super selten geworden muss man einfach so sagen energie zu gewinnen immer noch nicht die ist beziehungsweise nicht die regular wie form und denn das nächste stapel ist auch so eine sache da freue ich mich so sehr darauf dass wir einfach ein permanentes setup haben werden das sind so gut sein und einfach so helfen auf jeden fall unbedingt weil es ja kein zustand man muss auch sagen wir haben wir haben wir sitzen ja gerade immer auf der bank hier bei dennis und wir haben einfach keine bein freiheit weil unter diesem tisch einfach schon sagen schon schon ware liegt quasi für den online shop und denn es aber kein platz hat für den was machen es ist einfach nur gescheuert ich habe jetzt mein karton ja man kann ja was lieben was 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 wirst du was lieben ich will ein booster auch mal soll ich was rausholen dann musste ich mir das kennt hier warum auch immer ach ja was ist das denn für ein karton holen wir einfach raus zum beispiel haben wir ich weiß nicht wo wir das noch ausgegangen haben für die leute die jetzt gerade dabei sein lass lass ich glaube die leute wissen was sie erwartet wenn sie das sehen oder ich glaube mehr muss man nicht zeigen leute also wir haben auf jeden fall uns ein paar sachen überlegt und schon organisiert wenn denn dann hoffentlich der online shop im märz online kommt das wird das und auch aufregend das wird spannend wenn der online kommen wird pokémon kind meint die karte könnte irgendwie mal das ist einfach eine alte karte wäre die wäre halt einfach nur krass die wäre sehr sehr geil so mämmeon weiter für dich sehr wohl sehr wohl so on the hunt for the rainbow rares leute energiesuche hast du noch so ungefähr im kopf wie viele rainbow rares in den letzten setze aber da waren schon so etwa 13 14 gab auch 15 also deutlich über 10 anzeigen bambion sanakonda luftballon immerhin eine holo über die holo karten kann man sich definitiv also ich freue mich über die holo karten mittlerweile mehr als vorher ja ich finde die holos auch schön weil wie gesagt wir prüfen jetzt prüfen jetzt gerade nicht jede karte sonst sitzen wir hier zehn stunden da ja auch plaschi wird ein tausender opening machen oh gott die hat schon gesagt das wären 24 stunden ja straight ein 24er ey das wäre auch mal eine sache ey Leute 24 stunden live aber wäre natürlich mal cool zu sehen wenn es tatsächlich mal 1000 opening machen würde natürlich witzig und Victini an der Stelle Goldini sehr schön 24er Livestream müssten wir auch mal machen im studio im Kartenhaus 24 stunden Kartenhaus Livestream Leute ey so viel so viel zeug und ich habe wieder was unbedingt realisieren müssen und es ist oh ein Lapras boah es ist schön die ist wirklich super schön ein wunderschönes Lapras so eine tolle karte und schon wieder eine Full Art so schöne Karate hast du eine Full Art bisher gezogen von den normalen jetzt mal for real weiß ich gerade gar nicht ich kann mich nicht daran erinnern doch Mopeco kann sein das sogar beide gezogen oder ne ich habe mich auch auf jeden Fall gezogen ja aber die meisten Full Art hast du gezogen das letzte mal habe ich super viele alternative Artworks gezogen sieht man es jetzt zu super viele Full Art läuft ja läuft läuft richtig gut also ich bin ich bin immer noch so geheißen ich bin gerade richtig im Modus so Cotini Liberlo und na sind da Mortineva sehr schön such mir dann am Ende eins aus irgendwie eins was schön aus irgendwann mein Lohn doch die die habe ich gezogen weil das war auch noch meine Full Art aber die zähle ich jetzt nicht als Full Art zu bier ist die Karten sehen so gut ohne Witz mit diesen Matten mit diesen neuen Matten sehen die Karten so gut aus ja einfach nur nice so und Calio und entferner Port nix so einmal Vulpix Krabi Timos Sohn und nichts oh ich habe einen Trank super gute Karte also Darium hat ja auch eine Pull Rate Analyse gemacht und hat dann eine Average Pull Rate von den 28 Displays waren 8 schon krass ne ja schon richtig richtig gut so Pikachu also das erste Display was wir auf dem Kanal aufgemacht haben war ja gar nicht so krass ok wir haben es zwei mal in die Magnolica gezogen oh aber so krass war es halt trotzdem nicht oh manoli Liberlo Liberlo aber bis jetzt so Average mäßig guck mal was bei uns da rauskommt jetzt einfach mal da drauf und jetzt ein bisschen was ist das irgendwo drauf ja ich habe den Humano Vita jetzt draufgelegt ja ja wie gesagt man sowieso und 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 uuuuuh Sächen und Full Art die haben wir auch noch nicht gesehen ja das ist die einzig die geilste Full Art in dem Set und die sieht auch unglaublich gut aus einfach ich finde dieses lila passt da voll gut rein ja man wow 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 deswegen ich finde es so schön dass sie die ich meine auf der einen Seite haben die mit dem einfach nur mit der Hintergrundfarbe vom Typ her auch gut aus gesehen aber das sieht halt auch einfach gut aus ne absolut wunderschön jetzt brauchen wir endlich mal die Sächen und die Summer Center in der Goldform Leute wir haben jetzt auch nur 3 Sächen gezogen da muss noch was kommen wenn es guck mal deine Goldfingerchen raus guck mal deine Goldfinger raus das ist trotzdem sehr sehr strange naja was will ich so sehen gerade auch dass die das äh Rainbows nicht so ähm häufig sind ja das haben wir ja finde ich ja das ist das wie der ganze Interesse macht das habe ich ja wie gesagt schon vermutet bis jetzt sieht es so aus oh Flushy hat gerade ihren Livestream gestartet lass mal den Livestream in tausende Augen gucken Flushy sortiert jetzt bulk so ähm da war eine Frage könnte ich eine gute Karte von euch bekommen Leute wir haben immer wieder Giveaways am Start unangekündigt in den Openings also das schreiben wir mittlerweile auch nicht mehr oh mein erster Professor nice wir haben jetzt erst 3 davon gezogen ne so krass ja gut das ist ja auch eine Holo ja aber trotzdem wir haben teilweise eine Holo schon 20 mal gezogen die halt erst 3 mal das ist schon krass und dafür dass ich die ich weiß nicht bei den Prelease Openings habe ich die so oft gezogen also das war schon und noch ein Celebi hinterher doch Celebi grüße an michi ja liebe grüße michi michi also wie gesagt es gibt immer mal wieder in Openings random Giveaways die wir einfach so rein machen für die ganzen treuen Zuschauer quasi also nicht angekündigt nur dass ihr bescheiden wisst da könnt ihr dann immer mit machen aber es bringt nichts wenn ihr nach Giveaways fragt da kommt kein kann man glaube ich so gut als als yes als Regelreferenzpunkt weil wenn wir was da gewähren dann machen wir das was wir Bock drauf haben wie du du hast zum Beispiel Insta Giveaways letztens mal gemacht einfach während du brauchst schön Insta folgen da gibt es nämlich auch nochmal Giveaways yes so Glückseinschein oh die Mary in Holo ja schöne Sache und guck mal ich habe ich habe einfach aus dem Pack vier Karten die man rauslegen kann das ist so gut das ist wieder so dass wir Kräfte im Einklang kriegen das war auch so ein Set wo du super viele Karten rauslegen konntest die einfach gut spielbar waren aber das war auch ein gutes Set das ist auch schon das nehmen wir das nächste Zeit rauskommt das Kräfte im Einklang ein Jahr her wow echt das ist heftig das ist schon wieder Oli Berlo du wirst du jetzt haben wir auch super viele die Zeit vergeht wie im Flug was so eigentlich auch noch gefragt wurde die gute Sarah kann natürlich sein danke euch so ich sehe dich auch sehr sehr auf den Kommentaren freut uns sehr sehr dass du so aktiv dabei bist die Gould fragt kommen in Zukunft auch andere Videos außer Pokémon kann öffnen vielleicht ein Display dieser Weihungspass von Schwerden Film ich denke mal oh wir haben das Playside voll sehr schön und du hast Labras ich denke da kann man sagen das ist so eine Sache die werden wir dann streamen oder? denke ich mal so just for fun gechillt wir wissen noch nicht wo wir sind noch die ganze Möbel liegen ob wir es auf dem Kanal machen Gaming Kanal Twitch es wird sich auf jeden Fall noch rauskristallisieren wo es dann am Ende kommt aber ich denke mal Videotechnik werden wir uns hier auf die ganzen Karten beschränken wobei das hatte ich hatte ich das glaube ich erzählt schon ich weiß es gar nicht sehr wohl und zwar der gute Steven aus dem Battle Banker mit dem waren wir noch essen wo ich sonntags da war und der ist der Koch und das war ja der der im japanischen Garten arbeitet und er hat gesagt wir können das im Sommer mal so machen weil die haben ja immer Montagsruhltag dass wir mal zu ihm kommen und Pokémon Gerichte nach kochen quasi und da Videos draus machen dass wir wirklich also irgendwie finde ich die Idee richtig geil das muss ich mir vorstellen wir können am Ruhetag und was hast du? machen den Puffles zum Beispiel dann könnt ihr wirklich erstmal oder ein Maximal Assada ja das hat er dann auch gesagt so typisch für die Generation ist doch irgendwie eine geile Idee oder? da hätte ich also das könnte man so geil produzieren und ja soviel zu dem Thema wir haben super viele Pläne und Ideen was man kommendes Jahr Urgelt also jetzt tun wir grad hier jetzt hier einer nach dem anderen ja ist echt so aber jetzt müssen noch die Prämien jetzt kommen Urgeli Urgeli das zu dem Thema wir haben viel geplant und viel was wir umsetzen können und wollen also so Videos werden denke ich mal noch kommen und sind keine Grenzen gesetzt genau der jetzt oder Vlogs werden jetzt auch ich denke mal fest etabliert hier wenn auf jeden Fall was bei uns im Studio passiert jetzt in der Zeit wird aufbauen sowieso häufiger das ist auch so eine Sache was ich persönlich natürlich auch sehr sehr gerne machen möchte und auch glaube ich cool für den Kanal ist wenn ihr so ein bisschen behind the scenes stuff seht auf jeden Fall auf jeden Fall so bist du auch gut dabei das wird es auf jeden Fall auch öfters geben da ist noch eine Frage von Luis ich weiß nicht ob die ein bisschen ironisch ist aber freut ihr euch schon auf die Sonne und Mond Retro Openings ja ich meine Tausende Opening SM1 nochmal haben wir die schon Labras oh yes sorry dass ich nur braun habe aber ja doch was Nices oder so ein Tausende Openings Sonne und Mond 1 ist so meinst du wirklich? nein Vogel nein nein ich meine so vom dass wir das nicht realisieren können oder sowas ist klar oder nicht realisieren können aber so vom Feeling her ja vom Gehen wäre halt geil ja vom Gehen wäre halt geil aber ich sag nix mehr weil ich setze ja dann immer irgendwelche Flögens oh von denen du nicht mehr loslässt ey nein Sonne und Mond 1 deswegen behalte ich die meisten Ideen für mich Sonne und Mond 1 lasst man auf jeden Fall da sein ähm aber ich glaube er meinte eher so in keine Ahnung drei Jahren Zeit also irgendwann in drei Jahren sollen wir dann nochmal SM Packs aufmachen warum nicht so nach dem Motto und ein Caldeo die sehen so gut aus wenn du die mal so wirklich man sieht es halt im Softbox licht extrem gut wenn die teilweise so scheinen wie wie strukturiert die quasi sind so wie seid ihr auf Pokemon Karten gekommen wie bist du auf Pokemon Karten gekommen ja das ist eine ganz doofe Gefichte ich äh hab schon früher immer mal gesammelt ähm aber ich hab dann aufgehört hab dann lange nichts mehr gemacht bis dann mal in einem Spielzeugladen war und dann hab ich da halt Sonne und Einspuls da gedenkt hab ich mir gedacht ah komm verdienst halt Geld da tut dir jetzt mal so zwei Boostern nicht weh wenn du sie dir kaufst und in einem von den Boostern war ähm Rainbow äh Lunala Gigs und das hat mich dann sozusagen sowas von gecatcht diese Karte dass ich mir dann gesagt habe okay jetzt gönne ich mir hier richtig Pokemon Karten und ja das hat mich eigentlich wieder so zurück zum Pokemon Fieber äh gezogen und ich habe so ja auch noch nicht gezogen und ich hab schon wieder eine Volllast weil ich schon mal so meine Waves ab haha so krass ey oh Gott und Summer Center wie gesagt die haben wir auch noch nicht gezogen jetzt in dem Opening ne die kommt nämlich jetzt auch ja bei mir war es damals so das war ich glaube das erste Set was ich mal geöffnet habe war EX Power Keywords damals oh mein Gott yes ja wir haben Summer Center Gold gezogen nice sehr schön oh mein Gott da haben wir sie die erste von zwei oh mein Gott geil 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 weißt du woran ich es gesehen habe weißt du woran ich es gesehen habe weißt du woran ich es gesehen habe weil das V da raus guckt ja ja wir haben Leute Gold gezogen wow und wer hat es gezogen hier der Gold Junge hat sie gezogen die Gold Fingers nice sau schön sehr nice sehr schön da haben wir sie gezogen Leute oh mein Gott es fehlt es fehlt und nochmal zwei spielbare Trainer geil 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 das heißt es fehlt jetzt nur noch Sättchen in Gold sehr schön dass du die auf einen Fall gezogen Aurora Energie und ein Grihornhörer ich muss dir die Passe jetzt unbedingt unter uns gucken sehr schönes Ding ne wie spät haben wir es wir haben äh 20 vor 8 ok ich würde mal ganz kurz äh dass wir alles hier verlassen soll ich alleine weitermachen oder wie ja du kannst in der Zeit deine Booster ja da aufmachen finde ich habe eh kleine so gut aus ich habe eh ein bisschen gerusht ich bin ein bisschen die sehen so gut aus bisschen weiter vor dir bin ich das tatsächlich ja ich bin etwa eine Viertelstunde bin ich naja wenn das so ist du einfach der Tausender verlässt ja ja ich muss ich muss was erledigen also bis gleich ok Leute passt auf das hat halt meine Booster hier anfangen wir müssen natürlich äh wir müssen hier natürlich gucken Show must go on würde ich sagen in der Stelle dass das ganze hier schön weiter geht im WhatsApp wo man liebt super ball ha ich stelle es das ist alleine ein bisschen doof hm das ist alleine ein bisschen doof ich wette mit dir dass ich nachher so viele Booster vor vor dir haben krass die Schuhspanne das so weit gedehnt hat dass man nicht mehr so klumpig fühlt nach dem Schuh der Fuß jetzt schon Dennis hat sich neue Schuhe wieder gekauft so Leute was gibt es denn noch so schön ah ja ich habe ja noch gar nicht jetzt erzählt wie ich zu oben und gerade gekommen bin haben wir zwar auch alles safe schon mal in irgendwelchen openings erzählt ich glaube auch in den letzten tausendern immer mal wieder ich glaube wir zählen glaube ich in den tausend openings immer dasselbe aber es kommen ja immer wieder neue Leute dazu wir werden denke ich auch mal ein Q&A Video irgendwann machen oh mein Gott was ist denn mit den Schuhdecken los ey mehr oder weniger kann man ja auch Dennis kann man sagen dass die tausend openings auch so ein bisschen Podcasts sind eigentlich schon ne so auch schon ein bisschen also ich muss ehrlich sagen ich habe es auch mal nicht geschafft wahrscheinlich aber aber ich habe früher als ich angefangen habe und noch der ganze Discord Kram nicht so aktuell war habe ich tatsächlich mir die Darium Tausender Openings angeguckt komplett am Stück und wie gesagt habe da immer meine Karten bei sortiert geguckt im Internet und Leute ich weiß das können nicht alle von sich behaupten aber ich habe auch Darium Sechstausende Openings ganz gesehen das gab es ja auch noch es gab damals Anfang Sonne und Mond hat Darium Sechstausend Boostern eine Openings auch so das waren 8 Stunden oder sowas das war das war das war einfach nur oh ich habe noch eine Magnolika gezogen sehr nice Full Art? ne normale aber guck mal die haben wir auch noch nicht in den Reverse gezogen gibt es die auch in den Reverse? ja müsste ne oder? müsste es auch in den Reverse geben also wie bin ich zu Pokemon Karten gekommen ich habe damals ja X-Power Keepers mit meinem Nachbarn tatsächlich oder mehr oder weniger dadurch halt mach so einen Tag ja auch mal aufmachen beeilig aber ne heilig sein du hier oh Norman Seychien sehr schön da freuen wir uns immer bei jedes einzelne nix was wir ziehen bis gleich bis gleich so und da haben wir damals angefangen und ihr Mann und Perl war dann so quasi bei Zeit wo ich die meisten Karten gesammelt habe und aufgemacht habe mit einem Geschiss dann zusammen ich muss mal schauen vielleicht es gibt ja den Mitglieder Tab ne beziehungsweise ihr könnt jetzt mittlerweile Mitglied werden für 99 Cent und vielleicht poste ich da demnächst mal ein kleines Kinderbild von mir wo ich mit Karten da sitze und Karten sammeln und so weiter auch mal schauen wir mal also für die ganzen Mitglieder wenn ihr Bock habt das zu sehen könnt ihr das gerne mal machen ich hab's mal aber das nehme ich jetzt vor und ja damals das war halt so uh und Toxic auch schon sehr aufgezogen die Modo Karte aber eine sehr sehr schöne Modo Karte muss man sagen jedes Mal wenn man die Karte neu sieht ich denke oh schöne Karte und ja das haben wir dann relativ lange gemacht bis Hardgoats to Silver glaube ich rausgekommen ist also bis Ende Hardgoats to Silver da habe ich dann aufgehört ich weiß gar nicht mehr warum ich da genau aufgehört habe irgendwie haben wir halt aufgehört weil schwarz und weiß war dann nicht mehr so krass das war dann noch das letzte Set was ich so oh Sanaconda war dann das letzte Set was ich auch äh Spiel was ich gespielt habe und zwischendrin zu Schwert und äh schwarz und weiß sorry Schwert und Schild schwarz und weiß hört sich beides fast gleich an wollte ich nochmal anfangen auch zu spielen aber damals gab es noch nicht so wahnsinnig viele Trainerläden oder äh Trainerläden was labere ich hier teilweise RelaxoNV sehr schönes Ding gab es gar nicht so viele Spielwarenläden oder halt so so Hobbys sowas wie zum Beispiel jetzt einfach noch Sponsor der Battle Bear ist ja auch ein sehr schöner Laden wo wir öfter sind oder halt so Leute wie andere Läden quer durch Deutschland wo wir halt immer waren auf der Laden im Freising jetzt einfach nur als Beispiel und ja deswegen haben wir da wieder aufgehört weil es halt keine Möglichkeit gab da war ich ja auch noch ich hatte keinen Führerschein ich war ja auch noch minderjährig und er hatte noch nicht so die finanziellen Möglichkeiten deswegen haben wir damals aufgehört und irgendwann ich bin tatsächlich nochmal wieder zurückgekommen dadurch dass ich meine alte Sammlung wieder verkaufen wollte weil ich Geld gebraucht habe für den Urlaub zu fahren und da habe ich dann gemerkt so yo alter das macht ja eigentlich wieder das macht ja eigentlich super viel Spaß mit den ganzen Karten was zu machen und da habe ich zwar angefangen die Sand zu verkaufen und das hat mir so viel Spaß gemacht dass ich auch wieder nach den neuen Karten geguckt habe ich glaube damals war Dampfkäste das neueste Set und ja irgendwie bin ich da dann oh nochmal eine Magnolica also wenn denn es geht das ist irgendwann eine gute Sache da kann ich wieder kann ich wieder alleine die Magnolicas rausziehen und ja das war dann im Endeffekt so die Zeit wo ich angefangen oder wo ich wieder reingekommen bin das war dann Dampfkäste war aktuell Evolution und dann halt wieder mit dem Kanal auch angefangen habe mit dem Pokofact Player Kanal und wir haben noch eine Mary oh Junge die Karte ist so schön das ist so eine schöne Karte und man muss nochmal man muss nochmal wirklich sagen die die Pull Rate äh die Pull Rate die Qualität von den Karten die ist einfach wirklich überragend die sind wirklich schön richtig gut geworden dieses Jahr oh Sonderbuchung auch nochmal sehr schön und ja dann kam ja das wovon wir vorhin geredet haben dass wir Dennis dann kennengelernt haben und eine Schnapsidee hatten diesen Kanal zu erstellen und ja seitdem sitze ich dann halt wieder und es hat mich nicht losgelassen und irgendwie das Box halt auch übel man muss natürlich auch sagen wenn man irgendwo auch die finanziellen Möglichkeiten hat das zu machen was wir hier gerade machen dann macht es natürlich nochmal mehr Spaß einfach nur Packs aufzuweisen und ja deswegen sind wir natürlich auch sehr sehr dankbar dass wir die ganzen Videos immer soweit guckt und wir bedanken uns so oft aber es muss halt einfach irgendwo mal gesagt werden weil es einfach mit euch natürlich viel mehr Spaß macht die ganzen Packs auch aufzumachen die ganzen Videos zu machen weil natürlich irgendwo ich glaube wir würden das auch bestimmt machen wenn nur 10 Leute zuschauen würden oder vielleicht auch nur für uns quasi wenn wir Bock dran hätten und die Karten immer rät genetzt bekommen würden aber so macht es halt nochmal mehr Bock und ja es ist eine sehr sehr schöne Sache dass man mit dem Hobby quasi so viele Leute erreichen kann so eine schöne Community auch irgendwo hat weil jetzt auch zum Beispiel das Prelease Wochenende wieder muss man sagen es hat wieder so viel Spaß gemacht ja oder es hat einen nochmal so viel so gepusht quasi und nochmal so mit den ganzen Leuten die man nur dadurch kennengelernt hat ja eine gute Zeit verbringt und für mich persönlich das wird jetzt ein bisschen sentimental Leute super leid aber persönlich habe ich auch super viele meiner richtig guten Freunde in der letzten in der letzten Zeit also mit denen ich jetzt am meisten Kontakt habe uh ein sehr wohl ein Fullart die Karte haben wir noch nicht gezogen die Karte haben wir tatsächlich ich habe vorhin gedacht so hat die eine Fullart oder hat die keine Fullart aber tatsächlich sie hat eine Fullart und hier haben wir sie und ja wie gesagt ich habe tatsächlich viele meiner besten Freunde durch Pokémon Karten kennengelernt durch den Discord und so und ja da kann man auch nochmal ja wie soll man sagen Drops an die Pokémon Karten rausgeben weil das für sehr viel verantwortlich ist was im Moment oh da haben wir Leute jetzt haben wir zwei Karten hintereinander gezogen die wir noch nicht gezogen haben sehr wohl in Fullart und Morpeco in V ja man muss sagen dass Pokémon Karten auch für sehr viel verantwortlich sind was so in meinem Leben passiert auch dass ich jetzt ja quasi wie gesagt Dennis arbeitet da noch Vollzeit und macht das jetzt noch nebenbei ich werde jetzt Vollzeit quasi da will einsteigen es ist ja auch eine krasse Sache es ist ja auch ein krasser oh drei Hits hintereinander Leute Celebien V oh so schön ey es ist ja irgendwo auch ein krasse ja es ist irgendwie krass für mein Leben wie sich das so alles entwickelt hat in den letzten Jahren aber es ist eine gute Entwicklung und ich nehme dir noch auf sehr schön ich nehme dir noch auf anderthalb Stunden sind wir schon dabei und wir sind zeitlich aber gut dabei aktuell ne und wie gesagt wir müssen das ganze save mal als Livestream machen Chillabelle weil ja das ist auf dem Chillabelle lange nicht mehr gezogen auch glaube ich ne wir sind jetzt bis jetzt also wie gesagt Livestreaming muss save gepusht werden dann habe ich richtig Bock mal so Twitch ein bisschen ein bisschen anzufangen theoretisch also wir müssen mal überlegen wie wir das machen da haben wir auf jeden Fall noch viel Zeit zum überlegen weil Twitch ist so eine ist halt eine coole Livestreaming Plattform vor allem wenn man immer wieder random Sachen macht man muss halt gucken man muss halt gucken was man macht wobei YouTube Livestreaming jetzt auch immer besser wird weil einige Funktionen jetzt auch noch dazukommen sollen haben wir zumindest mal immer mal wieder gehört und aufgeschnappt also da kommt in Zukunft auf jeden Fall einiges cooles Zeug auf euch zu und auch das generell immer mal wieder also es ist überhaupt regelmäßig Livestreaming weil im Moment war das ja immer so jo ich habe jetzt mal gerade wir haben jetzt gerade was zum aufmachen wir haben jetzt gerade Zeit und machen gerade mal einen Livestream und dann kommt drei Monate kein Livestream dann kommen mal wieder zwei Livestreams dann kommen wieder keine Livestreams aber das soll halt nicht so kontribentiv sich ändern so wir wollen jetzt mal wieder was ziehen und ein Wohingenau ich muss natürlich jetzt abpassen dass ich vielleicht die Säschchen in Gold genau dann ziehe wenn Dennis kommt das wäre eine gute Sache wenn wir das vielleicht so schaffen würden ich muss jetzt aber übrigens auch gerade mal wo ist denn jetzt gerade die Karte die ich gezogen habe ich bin gerade so brain dead ach da wohin genau das liegt ja auch gerade da aber das Wohingenau ein Voller sieht halt so gut aus ich muss gerade mal einen Schluck trinken Leute ihr habt jetzt mal gerade kurz eine kurz eine Verschnaufpause Prost weil wir sitzen jetzt ihr nehmt euch jetzt auch mal einen Schluck zu trinken von irgendwas was ihr gerade zu trinken euch geholt habt oder sowas oder pausiert kurz und holt euch was zu trinken dann Leute stay hydrated Gymsticks und Luftballon sehr schönes Ding dieser Luftballon so hu es ist anstrengend Dennis komm wieder ich brauche jemand zum quatschen und wir haben ein Salanga und ein Olapras wie gesagt die schönste schönste V-Karte vom Artstyle her wer ist das Hasuno ist der Illustrator super geil Props gehen da raus sehr schöne Karten so kurze Bestandsaufnahme nochmal wir haben immer noch bis jetzt nur zwei Full Art Karten gezogen äh Rainbows wir haben bis jetzt mehr Secret Rears als Rainbows gezogen was auch krass ist dass wir keine Secret Rears wirklich ja keine Secret Rears doppelt gezogen haben das auch krass aber was ich jetzt halt echt auch interessant denn der Daryms hat ja wie gesagt einfach nur als Beispiel oder beziehungsweise kann man ja so ein bisschen auch als wie soll man sagen als Vergleich ran nehmen quasi wer was oder wie viel Daryms in den 1000 Boostern gezogen haben deswegen sprechen wir das an weil die haben ja auch einen 1000er gemacht wir hatten ja zum Beispiel 5 5 von sagen wir also ich glaube 2 Sammer Center und 3 Sälchen oder umgekehrt also 5 von den gezogen in den ganzen 1000 wir haben es noch eine einige da aber ja sie sieht gerade ist gerade echt also ich sag mal vom Gefühl das sieht nichts aus als würden wir das schaffen aber wir haben ja noch einiges wenn man die ganzen Booster davor sich hat also wir haben noch so viele Stapel da liegen man kann gerade gar nicht einschätzen wie viele Booster da noch sind ich könnte jetzt nicht schätzen wie viele Booster wir schon aufgemacht haben beziehungsweise wie viele noch ziehen werden ah da bist du ja wieder ging ja doch schneller als gedacht ging schneller als gedacht ich hab sehr wohl und Mopeco also sehr wohl Full Art gezogen die hatten wir noch nicht und Mopeco hab ich noch gezogen oh mein Herz alles gut ja ja wie gesagt die hab ich ja gezogen aber noch nicht hello i'm back again keine gold karte dann muss ich wieder ran ja deswegen ich hab gerade so gesagt das müssen wir jetzt so timen das ist ja jetzt ich kann ja jetzt nicht die gold karte ziehen wenn du da nicht dabei bist das wär ein bisschen ein bisschen schaden bisschen z ich hab' mit ich bin ja klein so hart umgelaufen so liegt dir noch was auf dem Herzen ja ich hab' ein Fleck auf dem Herzen und das kann ich auch sagen das ist nicht mehr schwer ich mach's nicht mehr lang okay Leute ich bin der nächste Stelle bei wenn du jetzt im Mikrofon atem bist Pupanzelapras muss sein Leute muss sein man ist ja nur am Hasseln für euch ich muss nochmal meinen Bulg entfernen was für eine das ist jetzt noch eine interessante Frage was für eine Art Karten würdest du dir wünschen Dennis? ja dadurch dass wir ja sozusagen so eine Karte ja jetzt bekommen demnächst ist mein Wunsch eigentlich in Erfüllung gegangen ich hab' mir nämlich tatsächlich mal random shiny Karten gewünscht und die kriegen wir ja jetzt dann auch die dann als gut die hätten nicht unbedingt als Goldkarte kommen müssen aber wobei ich find das noch geiler irgendwie also ich find's halt geiler wenn die Secret Dress halt so selten sind wie sie sind und dann die shinies als Goldkarte kommen weil dann sind die shinies halt wirklich richtig selten ich mein im ultra shiny waren sie jetzt also ein verborgenes Schicksal waren die ja auch ziemlich selten muss man natürlich sagen aber man hat halt super viel Scheines gekriegt aber das haben wir glaube ich auch schon mal von ein paar Sets gesagt wenn immer mal so zwei, drei shiny Karten in den Sets drin dann wären die halt einfach super selten sind wär's halt nice ne? und Moruda davon fehlt noch die Full Art ne? Moruda Moruda und sehr schön ja deswegen das ist so das ist noch so ein Wunsch den wir auf jeden Fall noch haben Hast du noch eine Mary gezogen? äh ne vorhin noch oder? doch doch stimmt doch ne Mary hab ich auch noch gezogen stimmt 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 die Mary hab ich auch noch gezogen die Mary hab ich mal gut aufgezogen kann man kann man zufrieden sein auf jeden Fall und wir haben Liberlo Galarian Rapidash und 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 jetzt ja ich hab voll Bock nach der Session dann zu Mackie zu fahren einmal noch zu Mackie ja ich war so lange nicht mehr bei Mackie ich hab auch mit Stefan in Beuth geredet und dann haben wir auch schon so ne wir waren ewig lang nicht mehr zusammen in Mackie das haben wir ja man hat sich gefühlt ey ich weiß noch ja mit Bikini-V nice gerade nochmal das angesprochen was wir eben angesprochen haben war den Jahresstream das haben wir ja doch bei dir ja praktisch jeden Tag bei Mackie oh das war schlimm das war so ekelhaft aber irgendwie auch geil und ich hab hier noch eine VMAX Karte läuft nice freu ich mich sehr schön und ja so Mackies wär nochmal geil ja ich würd sagen let's go und oh ich hab glaube ich auch noch meine VMAX und humanolith und das haben wir tatsächlich nicht so ausgezogen echt das haben wir glaube ich nur einmal das haben wir nur in Rainbow gezogen ne ne ein humanolith V muss hier auch noch sein echt? dann such mal echt da haben wir das tatsächlich schon gezogen ne das an die Full Art vergiss es das an die Full Art die haben wir auch noch nicht in Full Art gezogen wir haben das so also in Irregular dann ist es natürlich herzlich willkommen das humanolith ja also gleich zum Mackie dann noch gefällt ja gut wenn der ganz andere Mist auf ist wir haben ja noch Zeit wir haben ja noch über Nacht ja 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 so und ich hab hier wieder was Leute und es ist ein Caldeo jetzt gehen wir mal zum Mackie wenn nicht mal Pokémon kam bei Mackie dann äh Katastrophe was wünsche ich mir Mackie ist Goldkarten stell dir mal vor es gibt so irgendwie ganz normalen Promo Karten und es gibt irgendwie so eine 1 zu 500 Chances du eine Goldkarte kriegst in den Mackie Dinge eine Mackie Promo fand gut aus erinnert mich halt an schönere Mega X Karten aber halt in besser guck mal wir haben jetzt dreimal hintereinander diese eine Hole bezogen krass man hätte auch noch Professor Magnolica sein können Magnolica so wo haben wir denn Lapras VMAX haben wir da irgendwo irgendwo random rum wie gesagt Leute wir wollen wir wollen natürlich auch irgendwo die Leute belohnen die das ganze Opening gucken aber deswegen gibt es auch ich sag mal eine Woche später oder so wird es das Recap Video geben für mich im Opening wobei ich glaube die Leute die diesen Moment gerade eh sehen ehren Leute schreibt mal Hashtag äh Mackie in die Kommentare haha jeden Fall die wissen dann Hashtag Mackie für Dennis Nebulak Kramor die Sondermorbon sehr schön ja uh da haben wir jetzt wieder die Forschung des Professors Magnolica sehr nice schöne Ding so wenn ihr Karten für Decks braucht Staples und so ein Zeug ihr könnt uns gerne Listen schicken und äh wir sammeln euch die Karten zusammen und äh schicken euch einen kleinen Kopf auf den Anschlag und dann könnt ihr entscheiden wollt ihr die Karten haben oder nicht ich glaube und oh ich habe was und lapas wie max ist glaube ich ein bisschen angenehmer als ich die Karten alle einzeln zusammen ja oder generell bei 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 card market hat man großes Sortiment von uns ne also so ist es nisch auf jeden Fall also bei uns kriegt er mehr oder weniger jetzt vor allem jetzt am Anfang sowieso fast alles von dem Cent und wir haben die dritte full art äh rainbow card und weißt du was ich an den full art karten oder cool finde ne wir haben hier kein Rand hier dissipiert er halt so hier schließt er mit dem Artwork von der Karte ab und hier hast du nur dieses V das sieht so also irgendwie designtechnisch echt gut geworden und schick und wir haben noch eine weitere Karte abgehakt zu unserem Master Set ne wir sind auf dem guten Weg ja wobei doch immer noch einige Karten fehlen wie gesagt ne Moment was fehlt denn noch jetzt im Endeffekt uns fehlt die Goldkarte hier uns fehlt die in rainbow die in rainbow relax so fehlt in rainbow also doch noch einiges was wir hier an seltenen Karten ziehen müssen aber ich glaub das wird wird auch wieder schwierig hier alles sich selber zusammen zu pullen auch wenn das ein bisschen kleiner geworden ist nicht wirklich viel aber dadurch dass die eine oder andere Rarity halt einfach seltener geworden ist wird es ein bisschen schwieriger so Oma wo bist du Oma die Gute Oma in rainbow das wäre jetzt eine Sache das wäre eine Sache aber wir kommen immerhin zu Bieres immerhin zu Bieres die haben wir glaube ich auch noch nicht ne die haben wir tatsächlich auch noch nicht gezogen ja die Carri gezogen die Carri gezogen und Kurt Kurt hat auch noch Fullart die haben auch noch nicht gezogen die hat eine gute Lady gezogen irgendwie hat jeder die Karten gezogen die wir noch nicht gezogen haben Patinaraia nice und Team Yel und Urge Urge ist einfach ein cooles Pokémon Urge 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 Bester Leben als hat das gesagt dass ich immer wieder neu lehre wenn ich die einmal zu machen so deshalb habe ich kein Display Time Out ob demnächst mal wieder Vintage Booster kommen I don't know das ist eine Frage wieviel Jahren darf man im Play es gibt keine Altersbegrenzung normalerweise deswegen auch ich kann es einfach nur immer wieder sagen wenn ihr Bock habt nach dem Playlist zu gehen ihr wart noch nie auf dem Turnier oder ihr wart noch nie auf dem Turnier hab noch nie gespielt kommt trotzdem einfach es gibt super viele nette Leute das ist kein kein richtig ernst zu nehmendes Turnier das ist einfach nur so ein Fun Turnier wenn ihr Fragen habt die Leute helfen euch da und es ist ein cooler Einstieg auch ins Spielen zu kommen quasi das macht echt Spaß es macht wirklich Spaß auch dann einfach die Pirates zu spielen kann man so bestätigen denke ich ne auf jeden Fall mein letztes Pirates zum Beispiel auch wieder da da hilft man auch immer gerne und wir haben ein Relaxo in VMAX another one und Morpeco nice Morpeco ist das Morpeco eigentlich irgendwie gut? ne ne leider nicht sad 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 vielleicht wird es mal gut wenn wieder irgendwas kann man ja nie wissen ja man kann es natürlich nie wissen aber ich sag mal stand jetzt quasi Relaxo in VMAX mit diesem mit dem Item mit diesem Amulett kann das Ding einfach 370 kp haben das ist so krass mit den wobei mit den mit den großen Stiefeln dicken Polstern kann es noch mehr haben wie viel war das? 50 gibt es noch? so krass ne solchen Set waren die dicken dicke Polster 17 Trumpf superball den kannst du auch fliegen sehr schön sehr schön ich glaube das ist der erste super wenn du wirst nicht noch mal lange ja und das war eigentlich mehr oder weniger so alles was an Fragen da reingekommen ist da waren zwei drei Fragen auf die wässige eingehen müssen ja wieso waren die etwa die die waren teilweise etwas fehl am platz sein wird natürlich aber wir haben immer noch ich denke mal gut die Hälfte noch oder? das schätzt du? also ich habe locker noch 300 booster hier liegen machst du? so krass 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 mal ist ein Case ist gar nicht noch ein ganzes Case ja vielleicht jetzt halb durch gerade oben Monpeco 7 das heißt du hast 7 Displays 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 also wir sind gerade so ein bisschen über ein bisschen mehr als bei der Hälfte und Tobias nice nice tschuldigung ich hänge zu viel mit Lina ab Küsschen ist raus schönes Ding so ja und come on come on ein Regirock war Regirock auch noch ich bin mal gespannt was unsere mit Perfekt IVs noch zu ziehen ja da bin ich auch mal gespannt was wir hätten potenziell ziehen können wenn wir uns für die anderen Lip Blades entschieden hätten kann man nie wissen ja ist aber immer so gefühlt gefühlt gibt man sowieso immer die falschen ab quasi aus der egoistischen Sicht sobald wir natürlich immer froh sind wenn andere Leute natürlich auch für uns die guten Pfosten haben deswegen natürlich auch noch mal danke an die Leute die Vorbestellung machen weil sie schon sagt nächstes mal gibt es auch diese gute Produkte hier bei uns in der Vorbestellung denke ich mal also süß und vielversprechend konnten wir diesmal leider nicht anbieten weil wir nicht wussten ob sie tatsächlich kommen genau aber da wird es ja vielleicht demnächst auch noch mal ein kleines Announcement geben das heißt yes ein Relaxation back to the mood immer schön alles upcheck da geht die check check kennt das ja picochilla liberlo und nix mehr in diesem pack so jetzt könntest du aber mal wieder auch mal wieder so einen richtigen Schwung ne nice so haben wir wieder Zeit für so secret wear full art full art secret secret wenn sich Leute jetzt die ganze Zeit fragen warum wir immer chiller bell mit rauslegen aber notbehelf du musst eine Karte aus deiner Hand auf deinen Ableibestapel legen um diese Fähigkeit zu aktivieren einmal mehr seines Zuges kannst du zwei Karten ziehen ist halt geil ist eine richtig starke Karte auf jeden Fall von daher ja let's go komm komm du tan äh nur der hier so da ist der Modo Stapel ne ja es ist schön es ist schön es ist schön jetzt die Sitze und Booster aufzumachen Krabi Samyora Pokémon Fänger oh man wäre das ohne Witz wäre die Karte einfach ohne den Coin flip es wäre einfach so die OP Karte schlecht du würdest einfach nur ein Placer davon ziehen hättest das Display bezahlt quasi ja die werden dann aber dann nicht mehr so ja klar teuer wäre die dann nicht aber früher war es halt wirklich eine 20 Euro Karte das war oh Moruda Moruda sieht so gut aus oh ja die habe ich glaube ich noch gar nicht in echt gesehen die Karte die sieht wirklich einfach nur verdammt gut aus und auch wieder eine Karte die uns fehlt für das Maske Set sehr schön nice sehr schöne Sache ähm ja was wollte ich gerade sagen ich weiß es nicht ich habe es vergessen ah schönes Ding Moruda war da hinten ne let's go jetzt wollen wir müssen wir weiter gehen ich mache jetzt mittlerweile auch so ein bisschen Packspalter über ne der Packspalter hat sich so ein bisschen etabliert oh Celebi schönes Ding hast du da was oder wie und was machst du jetzt alter Sensation in Gold oder was nein und und der gute Betis Rainbow Rare auch wieder eine sehr schöne Karte der gute alte Betis das ist wieder das was wir gebraucht haben nice geil 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 und wieder eine Karte mehr sehr schönes Ding sehr nice eine Karte extra die wir noch gebraucht haben die sieht auch wieder perfekt aus ne also die meisten Karten sehen wir wirklich mit ohne Hine die Betis Frau Betis war irgendwo im Labreis genau der gute Bum der gute Bess die wir ihn getauscht habe nice 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 so hier sieht es dann aus ich bekomme keine neue Frage bringen wir auch gar eine mehr rein das hat wir nicht so also gucken wir jetzt uns den Karren den Karren Live Stream rein oder sonst einfach mal ruhig ne Und nochmal VMAX Humanolyt, das ist nett, das ist okay, das ist okay, über die freue ich mich sehr, weil die Karten einfach gut so schön sind, das sind so Karten, die kannst du auch bei dir an den Beinen reinmachen und die sehen einfach nice aus, die sehen einfach nice aus, ein Augenschmaus, oder wie gewähren, man könnte auch sagen, ein Hingucker, Ein Schmankerl im Bein, da, ein Schmankerl im Bein, da, die nächsten, die nächsten Buddybags heißen dann die Schmankerl-Bags, so, Dennis, oh, ich hab die nächste und die Marion Rainbow, und fällt dir was auf, wir ziehen fast nichts doppelt, ist doch gut, so gut, die Mary, oh mein Gott, Alter, wie die, die haben auch alle ein anderes Rainbow-Pattern, quasi, also eine andere Rifflung, die sind Basic-mäßig immer dieses Kristall, wie soll man das sagen, Crystal, Crystal Rainbow, oder weiß, was ich meine, ne? dieses Glitzerne, quasi, und dann haben sie halt immer noch so eine Kontur, Struktur, die ist bei jedem anders und die sehen echt gut aus, also, muss man sagen, si, uns gehen raus, so, wir sind immer noch nicht im Energiespar-Modus, das heißt, ja so das lief also ich freue mich jetzt nur noch über die normalen okay so jetzt haben wir doch mal den push bekommen den wir den ich bekomme den ich mir gewünscht hab und mann nicht wo es geht weiter ein push so dass man das muss man rainbow secret rainbow vollart und so die ersten sehr schön da freuen wir uns doch freuen uns sehr darüber die lege ich auch mal noch da extra raus ich habe bis jetzt wirklich die erste karte die wir gezogen haben von der oder hast du eine gezogen krass das ist einfach ich hatte nur eine privilege im kett wir haben auch noch einiges kipps wie ihr sehen könnt hinter uns die auch demnächst noch geöffnet werden also schwerten tritt content kann in den sicht absolut nicht ich bin geheilt und weißt du was morgen kommt die nächsten box und dann kommt noch mal eine fuhre also da freuen wir uns sehr 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 drauf so flott bei den lös sehr schönes teil wir sind wieder im game leute in diesem pack nicht wir sind wieder im game so die gehen jetzt einmal wieder dahin und lampi lapras energiesuche rübel vom team gel so galaxo großes amulett landschuhren flott wollen oder luftballon und ich sehe schon wieder eine holung mary ich bin so krass obwohl man die buchseite wirklich einfach nur aufreist ist jetzt mal trotzdem ewig da also ich freue mich darüber man meint es gar nicht wie lange das dann doch dauert so viel musste aufzumachen immer voll wenn jetzt auf jede karte eingehen so würden wir lange sitzen aber dafür gibt es ja die anderen openings mit slow road packtrick die battles oder mann display opening haben wir auch schon ganz schön display battle gemacht was ihr das nicht gesehen habt checkt es an wir haben ja quasi alles schon irgendwie gemacht so galoppa roserade rodomrath und ein online code nochmal mary holo sehr schön so mauzinga ja die wollen wir noch sleeven und die metallplatte sehr schön schauen wir mal ob es diesmal metall support gibt das wasserplatz da war ja auch damals sehr gehypt da war leider nicht zu viel wasser support da und dann muss ich rausrottieren auch selle liebt immer sehr oft sehr schöne sammelkarte muss man sagen sondern auch wieder mag das artwork das ist ein schönes artwork das selbe ist super schön davon hätte es eine full art geben müssen davon hätte es einfach eine full art geben mit dem rot am rad ok ist ok ein 11 so hier habe ich noch ein pack liegen brauchen halt unbedingt noch eine station in gold ne das müssen wir halt unbedingt noch ziehen oh sehr wohl das erste sehr wohl was ich glaube ich gezogen habe und uh noch ein humanolith das ist auch die die holo die dingenskarte die wir am häufigsten gezogen haben die full art ne haben wir da jetzt schon vier stück von ich glaube ja man kommt es flirten gegangen oh no denn es gibt kauli ne guck mal wir haben drei davon glaube ich ja echt? wir haben auch drei wohin genaus kam mir häufiger vor stimmt wohin genaus haben wir gezogen that's true that's true so uh nochmal regirock schauen wir ob die anderen regis weißt du ob die anderen regis auch vkarten schon haben oder keine ahnung aber ich kann ja sagen dass es ja neue regis geben wird stimmt ja auch wieder das elektro und das drachen regi also ich glaube zu den dingen zu den dlcs werden wir auch echt krasse karten noch sehen glaube ich auch das glaube ich auch uh zumal ja der eine dlc beinhalten wird dass du eigentlich alle legendaries wieder fangen kannst im game da wird es denke ich mal also ich glaube dass es da im tcg definitiv auch irgendwas in relation dazu geben wird dass nochmal so ein set kommen wird mit einigen legendaries wieder hoffentlich auch mal einige die wir noch nicht so häufig gesehen haben mhm das wird das wird leider gar nicht so heute habe ich leider keinen guten toll für dich wachsamt lege moment das noch so noch mal einen schluck stay hydrated leute ist wichtig und wir sind es ja mittlerweile schon gewohnt ich mal ganz ehrlich wo willst du das zeug eigentlich hinladen geht ja gar nicht dann noch mal einen falter gezogen schon lange nicht mehr gesehen die wir sind oh chillabell 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 so ich glaube ich mach dann nochmal eine timelapse auf so flottball thermopod kommandutan flottball auch wieder gut sehr schön den könnten wir sehr gerne auch nochmal ziehen und ich würde sagen ich erfülle nochmal eine timelapse und zwar von welcher perspektive das ist denn sehr gut kann man denn da machen hm kann man hier aus dem regal raus haben film ich glaube mit schmierig uh und wir haben wieder eine full art und das ist urgelb nice sehr schöne full art dennis läuft's ne was war da gerade 20 prozent dann geht's wohl nicht anders so wir sind natürlich wieder die profis wir kennen uns ne ne das ist alles scheiße so was bringt uns die booster was bringen wir uns oh wir haben gold oh wir haben gold wir haben gold und das ist die gewöhnliche angel wo ich glaube ich gerade extrem spät geschalten ist und gold geflogen so da müsste noch mal eine 10 prozent meldung kommen machen wir noch bis zu 10 prozent meldung und ich glaube hier ist ja man auch nicht gezogen zu bieres und guck dir mal diese farbgebung hin nein die sieht doch so schön aus supergut 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 supernicey so schönes ding schönes ding so so bieres einmal hier denn das holt sich den nächsten booster raus cirrusbeere citrus meint natürlich superball und weiter geht's aber guck mal die das erste tausende opening also der akku hat schon gelitten jetzt in der zeit wo wir das handy benutzen mit dem ja auch weil sie euch interessiert aber dein handy ist unnormale schnell platt also mein siebener iphone das hält ewig ich habe mittlerweile auch nur noch 81 akku kapazität also vergleich zu letztem jahr weißt du die erste tausende aufmerksam war oder das erste tausende opening haben auch etwas train aufnehmen können auch noch mal oder ja wie nennen wir es denn stonewall guck mal du musst mal darauf achten die gewöhnliche angel kommt sehr oft mit bettes und mit dem flecklion auch wieder eine interessante kombination meine lieben leute so leider kein hit kotini liberlo und luftballon guckkind nichts mehr und es ist eine rainbow und es ist battles nochmal nice nehme ich nehme ich nehme ich sehr schön die erste doppelte rainbow nehmen wir doch nehmen wir mit sehr gute alte battles tentante volona sonderbonbon ich hoffe natürlich dass wir das nächstes hat aber auch so machen können dass wir die audio vielleicht auch irgendwie von oben machen können quasi das auch permanent am strom haben können dass wir da auch gar nicht mehr darauf angewiesen sind das aufzuladen deswegen das sind auch so sachen wo einfach das set-up quasi echt gut wäre das muss man dann gucken was man da bastelt genau also ich denke da ist einiges drin das kriegen wir noch das müssen wir wir haben noch viel verbesserungspotenzial sagen das einfach mal so ne ich glaube das trifft es ganz gut ja ich glaube das trifft es dann ganz gut so ups dann würde ich sagen an scho du bist noch ein rainbow gezogen können wir noch mal ran ja da würde ja irgendwie deine hälfte die waren die diese die waren echt krass teilweise ne da wäre es jetzt auch interessant gesehen wie die displays so oh gotron der gute background music player ja wie die einzelne display pull ray so gewesen wär auch auch mal 11 display gehabt hätten wo ich habe noch mal was und labras wie max sehr schön aber die karte freut mich jedes mal wieder einfach nur jetzt können wir da wieder drauf so gottini und sind seit labras flott war so und was hatten eigentlich kaputt hat er sehr gut dazu gepasst doppel dabei kommt fand ich mein spoiler pokémon so und es müsste man liebt wie max max und wo war der der war hier hinten bei urgel sortiert aber leute es ist halt einfach ein chaos hauptsache die karten gespielt da kann man die auch mal so ein bisschen darum schieben auf der planet und passiert da ja auch nichts auch gefühlt nach maupeco gefühlt die seltenste v karten schöne karte aber leider nicht spielbar so sowohl die mit der test war noctur und da da schon wieder irgendwie das ist so eine leon angel bettes kombination die die ganze gala region einfach nur bewegt total bettes ist angeln und hat das ich habe auf kälte und sagen gemeint aber gleich pause zu bier sind wohl aber noch sehr schön dann haben wir keine mehr er wird knapp mit knapp so gladiante und noch mal kälte also ich sag mal so die puls sind da die puls sind auf jeden fall also gefühlt hatten wir zu dem zeitpunkt bei einem anderen tor weniger hitz da liegen als jetzt ne elektro glücksei das heißt wir haben jetzt schon wie vieles gezogen das kann sich sehen lassen ein urgel jetzt kommen sie gerade wieder das ist immer wieder so es ist aber jedes auf 1000 aus dem jahr doch mal so eine dreistrieg und dann kommen sie und dann dreistrieg dann kommen sie wieder so wie wir es gewohnt sind weiß was jetzt schön wäre mit nolika in rainbow da würde ich mir jetzt wünschen dass auch tauschen energie zu gewinnen ist auch tauschen energie zu aber vielleicht mit dem hier und zwar oder und hier und die neuer center out of nowhere out of nowhere aber das auch eine sehr schöne full art karte finde ich dieses rot passt in metallen sehr sehr gut gibt man eine exzellente farbkombi her würde ich mal so behaupten gut gut wo noch energie im schalter so klebt die hochs wohl fix wie die nie wie schöne form und abel hat wenn man kohlen 222 karten in einem booster wie dieses einer dieses eine einzige euro pack wo wir das mal immer hatten das war ein richtig gutes oder waren das wirklich zwei gx karten weil die alternative fehler platz die angel kommt auch mit bett ist diese booster der der burgdampf macht sich schon langsam bemerkbar ich glaube wenn wir hier nachher mal kurz rausgehen wieder reingehen dann ich doch hier alles wieder wien pokémon factory denn es ich habe eine rolle karte ist das du nur bult 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 hier wohl gedacht also wohl kann man jetzt sehen die brau wieder genug von schwerten schild mollung große rade rizzeros scotinic und luftballon schön schönes teil snomdom pionskora gaunox glücksei die ist ja keine reverse karte deswegen wird die auch nicht das lief irgendwie gerade was von meinen haaren wieder verabschieden so cluster door und toxi quack irgendwie hier finde ich die holocat ultra nice dieses art von toxi der was bringt wieder sein bult weg eine neue fuhren bult und er bringt sich wieder um gefühlt guck mal nach dem iphone gleich wieder nach nachdem auch trank und urlaub ist schon wieder schönes ding da läuft es hier das weiß ich nicht was ich glaube ich wahrscheinlich richtig doch was liegt auch da wieder also wir haben schon einiges an karten ja freue mich sehr drüber muschers noctur flecklion pokémon sind auch wieder weg am start auch eine karte die jetzt relativ oft weil die immer mal wieder da war sondern eine code box und wir haben wieder eine we-mails karte morpeco schön 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 und ich habe norman relax so unten pokémon 3.0 über nice nimmer ist es okay ja mal machen da freuen wir uns so wir müssen ich habe so 1000 opening meinem live stream das nicht warum müssen wir auch mal ausprobieren oder müssen so viel wenn es nach dir ging ja was müssen wir jetzt noch ziehen alles alles das ist natürlich eine sehr präzise oder alles sehr seltenes stück quasi vom aussterben bedroht das war irgendwo da unten sondern wo man es wird auf jeden fall noch die magnolica rainbow wo peco gibt es das auch im neuen wala und relaxed brauchen wir auch noch ein rainbow und hoomanen lied lenna um den raum auch noch also es fingen noch noch drei vier rheinbrot karten und und muss doch man sich relativ schnell ob es ein station und sommer center ist oder nicht nur aber luftballon spiel der spielbare karte sind super geil super kannst du bin geil super gut super fruchtig und noch mal ein summer center und summer center ist auch häufiger als station auf jeden fall zumindest mal immerhin da irgendwo da unten drunter waren wir haben so viele und ja gut da würde ich sagen bevor der akku jetzt eine biege macht man an der stelle eine pause und das ding mal kurz an den quick charger ran wir haben technical issues leute vielleicht kommt ihr jetzt noch ich glaube ich habe noch ein hit und ein humanolith sehr schön in v-max und ich habe noch ein club doofus und salangon schmerzter anruf weiter bedenken und letzten letzten text vom break ich hab die träume und gaunuchs und energie rauch und du da sind wir wieder leute ja wir haben jetzt ein break gemacht ist wieder aufgeladen denn es hat da seinen guten stapel und ich würde sagen jetzt bestimmt eine stunde hier gesessen und jetzt geht es endlich weiter leute jetzt wieder richtig gehypt vor den endspurt ich glaube meine wir hatten das zwei dinge ist auch mehr als ich jetzt geht es aber los hier kamo am pokémon 30 jetzt jetzt geht es weiter so und haben wir direkt immerhin immerhin natürlich schwierig wir haben jetzt gerade gar nicht mehr so weit nach den karten geguckt das heißt status update ist immer noch genauso wie gerade eben und zwar noch ein paar rainbow karten und haben wir schon ein paar karten gerade sortiert das video und die magnolikas die machen auch schon ein paar karten gerade sortiert das video und die magnolikas die machen auch ein die machen wir ein bisschen sorgen muss ich sagen was das angeht weil die irgendwie die magnolikas die kommt nicht so wirklich ne naja komm du hast jetzt nicht gezählt und dann rechnen die auf die display ja ja deswegen deswegen mal nicht anders wird ja halt irgendwann mal wahrscheinlich so eine staple karte das ist schwierig und sehr schön sehr schön die ziehen ist immer gut ohne ich habe noch mal ein relaxo die habe ich heute auch schon dreimal oder viermal gezogen super geil meine allerdings die max karte einfach die ist einfach so auf den stapel aber die haben wir noch nicht ein bau das heißt dann müssen wir noch den oh lol back to back relaxo wie max nämlich oder kann man kann man machen so was willst du jetzt noch ziehen aus dem letzten besuchen ach ich habe noch einige wünsche gern noch ein paar schöne rainbow ein paar schöne man liebt weil ich will auch noch nicht genug gezogen humor peckow ja also die ich habe es ich habe gerade absolut gar kein gefühl wie viel jetzt wirklich die polizei sein könnte da bin ich jetzt am meisten gespannt drauf über die gleich einmal ausrechnen was da so schön ist bei rumkommt man hat du hast auf aufnahme gedrückt nö natürlich so belektro belektro das ist natürlich gewesen aber leute wir haben jetzt gerade ein paar packs geskiff das heißt das video ist nur 998 hüster lang oh oh not here nicht mit uns oh luftballon ist eine sehr gute karte gotrom in non-holung ich würde mal interessieren ob wirklich jemand hier dieses video durchgucken die booster packs zählt und zu prüfen ob wir scammen oder nicht würde mich mal interessieren in der helft ist einfach genug da geht es wieder von vorne ja genau stell dir mal vor so eine anderthalb stunden herzlich willkommen leute zum tausender opening oh morpeco v max nice check die nächste karte und die haben wir auch noch nicht gesehen und hier haben wir morpeco v max and rainbow sehr schön oh die karten sehen so gut aus guck mal vor allem wenn du die so ins licht hältst also bei mir zumindest sieht man diesen panini crystal foil effekt gar nicht und direkten hinterher noch ein weg team und die sieht einfach ganz anders aus wie so ein wackelbild so elektro sanaconda und die pokémon center die pokémon center lady schon wieder manoli pull art da brauchen wir noch von der bimax die rainbow und ich habe noch mal bruder bruder muss los jetzt geht es wieder los jetzt geht es wieder los die pause hat das pulllack hier gerade zurückgebracht sanaconda lapras fleckleon angelbettes unsere berühmt berüchtigte kombination und pikachu und der pokémon 3.0 so wir haben mikro und sehr wohl sehr wohl sehr wohl haben wir hier noch hits drin ich habe noch was zu erzählen in diesem pack hatte ich leider keinen hits oh schade aber ich habe T-Time und flop ball das ist gut den flop ball den nehmen wir sehr sehr gerne meinst du die werden irgendwann mal wieder so karten die karten reprinten wie den hyperball oder so die werden einfach jetzt raus schwierig zu sagen aber ich glaube da wird irgendwann mal wieder kommen selbst wenn er erst mal nur ein zyklus überspringt und dann irgendwann schon noch alles kann gut aus sein gut gut aus sein aber das war ja die doppelfahrtlos energie war ja im base set auch drin oder wenn ich das richtig in erinnerung habe kam dann ewig nicht kam dann ich glaube zu hardcode zu silber wieder also ein hardcode zu silber war sie auf jeden Fall drin ich weiß ich glaube vorher war sie nicht drin und dann wurde sie hier in schwarz weiß mal geprintet dann wurde sie jetzt in sonne und mond anfangen anfangen sonne und mond geprintet oh ich habe noch mal eine magnolica und ein Gengar Gengar haben wir auch durchgezählt wir hatten bis jetzt ein einziges Gengar nur gezogen in holo also es ist schon krass wie selten die karten teilweise sind und ja jetzt ist sie also ich glaube nicht dass sie zum Beispiel die doppelfahrtlos energie wiederkriegen im schwerten schildszykos wir haben jetzt im nächsten set diese andere doppelfahrtlos energie die zwillingsenergie die nur für nicht wie oder gx karten zählt man kann es auf alle spielen aber ja die navi karte bringt sie halt nur eine energie genau ich meine halt dass es den den doppelten farblos energie effekt bringt sie halt nur also es macht nur sinn die karte bei einem pokémon zu spielen was halt kein was halt kein video ist ne das meinte ich ja und deswegen glaube ich halt nicht dass die doppelfahrtlos energie zurückkommt das ist halt interessant tausch und die mary nochmal beide supporter holos direkt back to back gezogen sehr schön die magnolica nochmal in fuller das wäre eine schöne sache die beiden kamen irgendwie direkt hintereinander noch mary und dann kam irgendwie gar nichts mehr ne die magnolica so ich sende da mal ich zeige irgendwelche karten wo du dir wünschen würdest kapurik hier dass sie geprintet werden oder gibt es irgendwelche karten die du vermisst eigentlich nicht eigentlich nicht ne ich glaube ich immer eine gute rotation ich bin immer gehypt aufs neue was kommt und das nehme ich so und ein labra das ist doch wie zensec pampros rot und rot fleckleon nichts mehr ich muss doch labras noch sleasen get the sleeve do we have them here now so weißt du was auch witzig wird online-codes zu scannen oh Gott 1000 online-codes einfach nur durchscannen Leute und reiroc ja gerade gefühlt kommen die jetzt wieder wieder richtig gut dabei ich habe mir die ganzen stapel so aufeinander in dem einander gestellt und nehme ich immer wieder auf den anderen stapel runter das noch mal ein bisschen durchgemächter ist rionio interleon holo karten sind wir auch im start aber mittlerweile sieht man ein Ende ne schon wieder ein bisschen das ist immer dieser moment wo man realisiert das ist bald wieder vorbei sonst könnte man diese drei stunden ja einfach wirklich ja aber irgendwann muss es ja mal vorbei aber wenn du dir drei stunden so sitzt da hast du das gefühl das endet halt nie ne vor allem am anfang wenn du denkst du was auf und auf und die ganze planet liegt mittlerweile voll mit hilfs und denkst du so wow wow ich hab nichts auf gemacht ah Leute ich lasse euch ein wenn ihr mal die möglichkeit habt 1000 booster aufzumachen dann macht das dann tut das das so energieumschalter tortonador address let's go sehr wohl sehr wohl sehr wohl vitalitätsband ich bin immer noch so halt auf die gold karte am schielen ne aber ich auch meine oder auf die die du selbst ziehen willst aber das mal aus dem pack holen würden ja wie gesagt hier wir wollen ja irgendwo das master set voll kriegen das wäre ja schöne sache das haben wir bis jetzt aus den 2000er openings die wir gemacht haben schon noch nicht einmal geschafft dass wir das set mit einem 1000er opening voll gehabt hätten und ich glaube dass ich dir auch wieder passieren wird ja das könnte sein ne ja es sei denn wir haben halt jetzt ultra viel glück dass wir sagen so ja wir ziehen jetzt noch die zwei drei rainbows mindestens noch fehlen ne vier rainbows vier rainbows vier rainbows ne ne die fehlt uns noch nicht die magnolica fehlt uns noch 5 noch da fehlt uns lab ne labros haben wir gezogen ralaxo haben wir nicht gezogen humanolith haben wir nicht gezogen ja oh lol da habe ich jetzt nicht mehr gerechnet eine mary in full art und here we go out of nowhere here we go die gute mary in full art es ist einfach eine wunderschöne full art karte die vierte das haben wir jetzt das playset voll schon und da kann man doch sagen das ist eine gute sache du wie die jetzt haben ne würde ich mal so behaupten caesurium ups der gute bulg 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 und oh wir haben was sehr schön in full art geilo nice das ist die karte auf die wir ja auch gerade am schieren sehen kann man sehen also da freuen wir uns natürlich auch drüber da haben wir schon zwei stück gezogen immerhin uuuu ja ich habe sie gezogen die omi in rainbow rare saugeil leute schau es euch an nice das ist ein schöner pull there we go oh die sieht so gut aus die haben wir schon am pull release gesehen die hat ja einer gezogen ja und jetzt haben wir sie selber gezogen nice geil und wieder ein ein punkt mehr sehr schön das heißt wir brauchen jetzt wirklich die mir haben ein rainbow gezogen das heißt wir brauchen relaxung 1 2 3 3 3 karten also wir gehen jetzt einfach mal davon aus dass wir die anderen karten natürlich also die holo karten und so weiter und so fort zusammen haben der ist natürlich nur von den rainbow von den ultra rare karten aus ich habe noch ein keldeo so ein déjà vu war nicht im buntergleich wir sind auch ein keldeo drin ja da haben wir auch 20.000 keldeos gezogen keldeo verfolge uns 3 3 karten brauchen wir noch also ich glaube dass wir die 3 secret rare pulls also es sind ja jetzt im endeffekt secret rare die uns noch fehlen auf jeden fall mit den boostern die wir haben noch ziehen können das ist halt die frage ob wir so glücklich sind dass wir genau die ziehen können die uns halt quasi fehlen das ist halt so die frage der fragen nochmal ein glückseil fragen über fragen dann die muss ich auch noch sleeven ich überlege grad ne uns eine fehlt noch kürtel vollart ah stimmt 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 und kürtel vollart so je nachdem ihr wisst das ja oder zumindest mal im recap video wird dann final kann man dann final sagen jo wir haben alles gezogen ja auf jeden fall und selbst ich sag mal selbst wenn wenn jetzt zwei drei karten fehlen wäre ich absolut nicht mad oh ich habe auch schon lange nicht mehr gezogen ja hättest du am anfang eine fullart karten raus gezogen dann war es das nur barry marie kardex holo karten sind aber wenn wir auch fehler am start also es lohnt sich auf jeden fall der zett zu kaufen ich glaube das kann man sagen wenn leute sagen oder fragen lohnt sich es mit schwert und schütt einzusteigen urgel ich glaube die frage kann man ja beantworten so ein urgel auch die meinung der leute ändert ja er war jetzt nicht auf das urgel gezogen und sonst nehmen wir einfach das kurdel von leni schneidet er einfach rein ja god das wäre richtig wack einfach reinschneiden somno somniam und somnum somninum baldofisch und das pokekin pokekin ist der neue pokemaniac finde ich ja so da war so eine karte oh Luftballon so why tell me why is this car there genau so eine karte what thermopod volley salanga die energie aber sonst nichts weiter nicht schlecht den nehmen wir den nehmen wir doch gerne auch für jeder Fall so montecco und lanthorn chained chained teile oh liberlo holo mal wieder another one oh forschung des professors in der holo version das ist das ist so eine karte wie kann man quasi jetzt hier zählen haben wir jetzt auch schon sehr oft thematisiert galaktik sacks kickli ein infernoport gewöhnliche andere bettes und so thermopod mikro aus sondermombom glücksart erzähl mal was dennis du bist so ruhig ja ich bin hier ein bisschen konzentriert am arbeiten Leute und relaxo nice zahlt sich wohl aus ich genieße die ja gut das kann ich natürlich dann nachvollziehen wie viele penny sleeves hast du eigentlich noch so noch könnte sich genau ausgehen könnte sich genau aus oh sondermombom in reverse und ein gutes paar patinara ja das ist so wie vokabellernen wenn man die bedeutung von patina und raya kennt dann ist es eigentlich auch gar nicht so easy man sagt ja dieses objekt hat eine schöne patina das ist wenn ein kupfer gegenstand rostet zum beispiel also dann kriegst du diese patina und raya ist nichts anderes als könig das habe ich nicht gewusst und da das ding ja aus kupfer ist und da das ding ja aus kupfer ist weil die vollentwickelung kupfanti heißt ist das selbst erklärend Leute wieder was gelernt bei den kaballis bildungsaufrag dafür das kannst du öfters mal erzählen so so wenn du irgendwann mal so ein format machen mit namens äh wo kommt der name her genau das wusste ich auch nicht aber seht ihr oh regirock da seht ihr mal zwischendurch hinter den ganzen namen steckt ja teilweise wirklich sinn das steckt eigentlich immer sinn woher kommt der namen genau weißt du das nein das weiß ich jetzt gerade nicht das ist der ist einfach nur da damit habe ich mich nicht beschäftigt ehrlich gesagt ooooh da ist das ray laxo und oh mein gott sieht das gut aus holy fuck ja man guck mal das oh mein gott das ist der hammer superschön aber für euch und die brauchen wir auch noch gell ja die brauchen wir auch noch auch noch eine karte das heißt wir sind jetzt bei drei karten die jetzt gerade noch fehlen eine full art eine secret rare eine rainbow wenn ich das richtig im blick habe yes und dann müssten wir ey das ist so nah dran waren wir glaube ich noch nie so gut so nah dran waren wir noch nie so cirrus wäre sehr schön weißt du was man mal machen müsste es gibt doch so sound effects eine stunde lang kein wasserfall eine stunde lang eine stunde lang stumm booster aufmachen einfach nur knister 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 doch immerhin ja ist das schön metallplatte in der reverse form gute karte metall braucht auf jeden Fall ein bisschen support und dann läuft das nee metall hat auch genug support kraterberg das magneton was energien anlegt also ja gut okay das stimmt also ja stimmt wenn was kein stahl support braucht wenn was kein support braucht dann ist stahl stimmt stahl hatte auch damals anfangen stahl ist immer noch insane stark vor allem am anfang von so einem mond süß hatte das ja auch damals das metagross gx kann sich auch noch dran erinnern glaube ich das war damals auch eine echt gute karte wo quasi sm2 aktuell war ey das war ein zeiten nur ok ich habe kurz gedacht dass der kurde vollart gewesen aber aber gut ja deswegen habe ich schon fast gehört so jetzt noch eine karte kritik ja das ist schon fast dass wir einem kurzen vollart gerade sitzen so spielen quasi gerade tausender pack bingo und ein mit maruda ergän lass mal tausender pack battle machen das kann man dann in 40 stunden stream machen tausend gegen tausend tausend leute bei hunderttausend daumen nach oben machen wir ein tausender pack battle ja gut gut stellen wir vor das video wieder hunderttausend daumen nach oben kriegen das wäre sehr insane aber ihr wisst ja im internet ist alles möglich die zweite reverse von magnum locker oh dennis ich habe noch mal eine und warte mal wir brauchen noch humanolith und humanolith und es ist battles haben wir den nicht schon die dritte battles rainbow holy okay der bald hat auch irgendwann bock der ist am start und jedes mal bin ich nochmal etwas neu überrascht wie gut die neuen rainbow karten aussehen und ich habe hier noch mal ein zubieres sehr schön das sind sogar vielleicht meine lieblings vollart muss ich sagen mal die einfach du meinst bis jetzt weißt du mir nicht was machen ja klar von dem set natürlich wir reden jetzt von dem set und discora wobei wohin genau vollart auch einfach einfach neuzucali ist ja 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 sehen alle die sehen alle gut aus muss man halt sagen martineva einfach für dich nochmal zum testen grading check so goldini meine Damen und Herren guck mal jetzt ist es doch jetzt ist umgeschwungen auf angelbettes und kickli hat sich so gedacht so jo leute die brauchen wir zu lange wir machen Schichtablöse und oh wir haben nochmal die rüpel von team yes in der vollart form junge weißt du was ich gerade noch mal sagen muss karten sind einfach wir hatten hatten wir eine ultra die wirklich off-centered war ne keine einzige also der der release print ist einfach insane muss man einfach wirklich so sagen man muss es halt einfach besonders hervorheben weil es halt noch traurigerweise nicht sehr frisch oh noch ne gold karte aber leider nur samazenta aber egal ist noch ne gold karte nice ja geil auch gut ne wie gesagt was heißt leider nur samazenta auf jeden fall man samazenta ist geil ja man nice sehr schön die sind so schön ne die sehen so schön aus kann man kann man machen leute und ich habe normanselchen ich habe komm hier da dein kollege zweimal ein gold schon da gönn doch gönn gönn da muss doch was gehen aber die sind einfach nur weißt du es so ne es ist halt wirklich so ne mischung zwischen den neuen und dem alten und das sieht einfach das haben sie wirklich gut hingewiesen so nice ok also damit bin ich ein paar geile von der schon mal zwei ziehen da schon mal eine sehr 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 gute sache kann man machen kann man machen kann man machen kurdel ist ein cooles pokémon aus der dritten ich glaube sogar da bin ich glaube sogar da bin ich habe mal ich weiß nicht mehr welches random pokémon das war was ich damals nur bin und so viel scheine hatte aber es kann sogar sein dass kurze mein allererstes scheine war was ich jemals in irgendeinem pokémon spiel gesehen habe und gefangen haben und schon wieder ruder so ein tropios v oder sowas ist ja mal geil ja man war so eine unscheinbare karte ich finde tropios ist auch das ist auch echt ein cooles pokémon und und lapas ja geil und das ist noch eine rainbow sehr schön ja ja geil sie sehen einfach nur gut aus die karte sie sehen einfach nur gut aus sie sehen einfach nur gut aus sie sehen einfach nur noch mal eine rainbow die habe ich auch nicht mehr gedacht sie haben auch noch eine gute stange cool läuft 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 wo war das lapas das lapas war auch irgendwo hier egal ich schmeiß einfach nur noch hin also zwischen ich will das ganz akribisch haben erstes tausende aufgelenzen und ich schmeiße einfach nur hin ich habe nichts von akribisch gesagt das dritte gänger das will ich nochmal das regie das spielen wir nochmal ein aber das ist glaube ich auch gut beliebig auch während eines zuges kannst du einen schanz markt von einem deiner psychopokémon auf eines deiner anderen psychopokémon verschiebt das ist gar nicht so du kannst ja quasi dann irgendwas kannst du ruhig ja eine rolle relaxo v-max auf die bank nehmen zum tanken und immer wieder weiter verschieben und dann theoretisch mit dem mit dem hypertrank oder so toptrank ist rausrotiert wenn du da was ziehen könntest du da irgendwie so eine mechanik machen könntest dass du quasi jeden zug super viel der menschen können wenn es da was gibt ja aber langsam ja weil man weg als handecken sehen das zu langsam 10 10 10 eine schadensmarke ja aber pro du kannst aber beliebig oft du kannst oh säschen kannst ja allen schaden weg machen oh da brauchst du ja online ewig ey online brauchst du ewig ja online dann da gibt der gegner ja gleichzeitig gleich das ist voll die gute strategie der gegner gibt einfach auf weil er keinen Bock hat auf das match ich weiß gar nicht win ist win ja großes amulett so ein ehrenloser win das ist das ist halt wirklich das ist next level troll einfach so ein deck bauen was so lange braucht dass du weißt du deck out war schon scheiße oder tank wildlord damals dass das rausgekommen ist das war schon nervig aber das ist halt next level und lange nicht mehr gesehen auch ne lange nicht mehr gesehen die karte glaube ich habe noch mal gut aufgeholt ne ja schauen wir mal langsam aber sicher geht's oh no kein pull adressbuch noch mal eine gute karte puh ja dennis ja drei karten haben wir noch sagen ne und auch hier wieder nichts puh haben wir jetzt auch abgesehen von der sechinger äh von der summer center gerade schon lange wir keine secret drama gezogen also wenn es jetzt einfach nur um die goldenen geht aber ich bin ehrlich ich bin froh weil die secret draft gehen am schwersten aber manchmal richtig zäh es gibt einfach keine max rarity spieler mehr das ist das problem ah leute spielt mal max rarity wenn ihr mit einem deck ankommt was einfach nur gold ist ihr seid die coolsten ja ja wobei alter die ganzen weißt du wie teuer die secret energie karten aus dem sonne und mond set sind mittlerweile sehr teuer ja alle um 20 euro das ist schon das hätte auch theoretisch viel mehr sein können aber das ist schon naja aber zumindest habe ich meinem namen alle ehre gemacht gold fingers yes zweimal gold in einem 1000 opening ja aber eine könnten wir noch ziehen eine das wäre jetzt noch so mein wunsch so damit dann quasi noch die das selchen voll machen so müsste jetzt langsam aber sicher mal sehr wohl ans licht kommen so hier wohin genau spiele wohin genommen mit mutiges comeback ja dann kann man weg hier i try chillabell immerhin ohne reverse da müssen wir jetzt bei 20 chillabells sein oder hast du noch chillabell gezogen ja zwei dann sind wir gerade bei einigen chillabells pass auf dass ich nachher wirklich straight 22 chillabell wie du das gesagt hast kam er hat du fandste relaxo nope 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 aber in mary number five mary number five eine wunderschöne karte oh ja da haben wir leute wenn wir schon immer mal wissen wie es aussieht wenn man fünf mary karten in der hand hält so sieht das aus okay die adressbuch und labras immer noch so schön wieder vier karten auf einem pack quasi was mal rauslegen kann nice ich habe leider keine das ist natürlich aber ich würde mich jetzt halt nicht mehr wundern wenn wir das station zum beispiel nicht mehr ziehen dann aber weißt du wo ich mich am meisten überwundern dass die kunden ziehen hätte ja sein können dass das jetzt gerade der call wäre dass wir kunden nicht ziehen so weiß wobei zum beispiel wo du wo du vorhin weg warst habe ich auch das sehr wohl vorladen das noch peck und die wir vielleicht hatten auch direkt hinein gezogen vielleicht denken die sich jetzt zum ende noch so braucht er noch die gönnen wir noch mal und ansonsten haben wir auch immer noch ein paar shots hier übrig in top trainer boxen und stuff was noch so kommen wird ich glaube dass wir das set auf jeden fall samus santa auf jeden fall über die komplette opening zeit noch voll kriegen das glaube ich schon das ja noch also bis spätestens fm 2 sollte es doch wohl sein sw swoshee oh gengar blaze hat voll oh yes leute wir denken jetzt schon an schwert und schild 2 gott was sich bis schwert und schild 2 noch alles erinnern wird ja hoffentlich ist das zimmer hier dann wieder bewohnt war und was siehst du wieder wäre so wäre und kann morgen geist gut gut müsste wie viel das hat mir doch jetzt schon mal das ist das fünfte krass 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 oh flott ballon mary in einem tag das ist ja sehr schön meine stapel gehen langsam zuneiden und ich könnte weinen poupance urgel gymstick und das gute glücksal bringt es uns hier glück das noch viel mehr sehen sie das sehen sie in der nächsten folge bei let's get ready to rip rip oh nochmal ein picochiller das sehen sie in der nächsten folge von wir machen so lange gepäcks auf, dass uns die Hände bluten ich freue mich auf die ETBs vor allem die ETBs ich finde die ETBs sind jetzt nur diesen irgendwie sieht die folie an den ETBs die du vorher nur in deinen Displays hattest irgendwie voll cool aus auch wenn es nur so von Verkaufsraum ist quasi sehr schön da müssen wir jetzt aber über 22 sein also den Gäst hast du auf jeden Fall gewonnen wie wir es nachher am Ende werden, das sehen sie in der Folge unsere Puls aus die 1000 Euro Huch, das ist jetzt die letzten Auge noch runtergehauen Dennis wirft Packs um all das noch viel mehr sehen sie in der nächsten Episode von Cardboardys der Cardboardys Sitcom ich habe nochmal ein Victini rausgezogen der hätte hätte die Blüten alle hingeflogen ja Dennis das ist eine gute Frage nachher beim aufräumen finden wir noch 2-3 Packs und denken uns so oh, da sind ja noch Karten drin ach da war das Säschchen Rihorn, Inferno Pot Kinglar In diesem Set ist es das Noted Kinglar ich habe nochmal Morpeco weißt du, wenn du das Morpeco so aufmachst, könntest du kurz meinen, das wäre eine Secret Reel ja, deswegen mache ich es immer anders dann sehe ich wenigstens das ist dann keine Morpeco und Bette ist Sonderbonbon Kiki guck mal, es geht jetzt rüber und zwar hat sich die Angel verabschiedelt das ist das Sonderbonbon so, da war das Morpeco Vimax Morpeco in Vimaxi so, dann nimmt er noch alles auf wir haben schon lange nicht mehr Panik da hochgeguckt sieht noch gut aus Rilaxo Cool Art oh, auch erst die zweite, ne? Tatsache gewöhnliche Angel und das seltene Belektro das war hier vielleicht kann das liebste mehr sein na, Mutter und meine Mutter wie kann das denn sein, dass uns das liebste ausgehen kann na, sonst das Kartenbusiness ist ein hartes Business so, Memeon Zenlong Luftball äh, Luftball Luftballon Schöne Ding Kramor Morty Pot und Metalplatte so uh die dritte, oder? genau das war aber das mehr als das dritte Mal Professor Forschung des Professors in der Reverse Form das ist jetzt auch das müsste das dritte gewesen sein ja tatsächlich ey, das ist krass das ist so krass, dass die stell dir mal vor, du könntest jetzt wenn das mal eine Karte wird, die du dreimal im Deck spielst jetzt könntest du mit den Karten aus tausend du kannst du ein spieler, zwei spieler drei spieler könntest du bis jetzt gerade vier spieler bedienen das ist ziemlich wenig das ist ziemlich krass das ist ziemlich krass und wenn das wieder so eine Situation ist dass teilweise einige gute Supporter wegfallen dann wird das auf jeden Fall Realität wert ich meine, okay, die Karte ist natürlich jetzt auch als Non-Holo geprintet in den Pre-Release-Kids aber es sind auch nur Pre-Release-Kids, ne? ja, die sind ja auch nur begrenzt die sind ja auch nur begrenzt ich meine, okay, es wird sehr wahrscheinlich so sein dass die Karte nochmal in den Themen-Decks vielleicht kommt dass die Karte immer wieder kommt nochmal aber selten ist sie trotzdem so, Timiel und nochmal ein Peorio die Karte finde ich auch schön ich weiß nicht, die hat was die hat was generell viele schöne, schöne Karten ja wie gesagt, wir müssen auch viele einzelne Karten nochmal genauer eingehen wenn wir da die Zeit dafür haben wenn wir da die Zeit dafür haben aber das Tausend-Opening, ihr wisst, das ist da um einfach nur, einfach nur um da zu setzen und um Packs aufzureißen einfach Back-to-back 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 Relax-to-bemax Let's go Schatten So This one here Puh Summer Center Summer Center Boah, ich bin so gespannt Ob wir hier noch Save a Lie zu Bier und damit gehen wir meines liebsten aus Das wird jetzt spannend Ob wir also ich habe jetzt auf meiner Seite noch ich habe noch so viele Booster Ich habe noch ein gutes Display Ich habe noch ein gutes Display Nicht ganz Machen wir mal Ich mach dir mal hier dein Bulk weg Um so ein bisschen Um so ein bisschen Um so ein bisschen Um so ein bisschen Platz zu schneiden Die Bulkartikot kann das da unten verbrachte Auch gut So Wow Weil er kein Hit Wow, zwei Booster aus denen ich nichts rauslegen konnte Das ist schon Das ist very sad Fast für Seltenheit geworden, ne? Aber sagt natürlich auch wieder einiges über das Set aus wie gut das Set im Endeffekt wirklich ist So Danny Boy Oma, bist du's? Nein, Regi-Rock Ne Oma? Ich bin grad Ich habe das Amazon noch nicht gesleeved Ja, da würde ich mal sagen Ab geh die Post So Na klar Leute, hier liegt so viel Bulg rum So viel Bulg Es ist Man könnte meinen Oh, Mary Holow Belastend Man könnte meinen, wir hätten Bulg gekauft, ne? Aber nein Wir haben es selber gezogen So viel Bulg selbst ziehen Uh, nochmal ein Relaxo Vimex Und grad Gerardos sagen Gerardos Boah, das Ding kommt bestimmt auch als Karte nochmal Alter, Gerardos Vimex Oder Gerardos Vimex Shiny Boah, das wäre eine Das wäre eine Karte, die würde ich mir wünschen Auf die Frage von vor zwei Stunden Welche Karte wünschst du dir noch? Das wäre eine schicke Karte Ich wünsche mir alle Karten Alle Karten, die ich Kabe kann Würde ich nehmen Mouchas Gortrom Mouchas Gortrom Nice Klar ist Zabel Urgel besser als Sensor Ja Dann kannst du nichts machen Urgel ist immer besser als alles Urgel müsstest du eigentlich nur in die Mitte legen und dann ist alles gut Urgel Urgel Leider nichts Urgel das neue Maskottchen Pokémon von Pokémon Urgel So So Chilla Belle Habe ich hier noch eine Bela Nice Da schauen wir nachher nochmal Noch eine Olo Immerhin eine Olo Garte Das alles was du noch hast Das hab ich noch Okay Kastadua Gortrom Oh Der gute Mann plays Background Music Aber Ihr kriegt in diesem Video Keine Background Music Ihr kriegt die volle Dröhnung Booster geknister Und Puls Jetzt Mal bei uns gedacht Yo Leute Natürlich doof dass ihr das jetzt sagt Aber im Endeffekt Ihr könnt euch jetzt selber Musik noch anmachen Dann machen wir das auch mal weil Wie gesagt das ist eh so ein Opening Das werdet ihr wahrscheinlich gucken beim Karten sortieren Haben wir auch schon gesagt Oder Vielleicht sind wir auch gerade bei irgendjemandem Fernseher Da würde mich mal Poste das mal bei Instagram Auf Twitter Oder im Discord Wie ihr unser Big Opening hier guckt Und Weißt du was Wenn wir irgendwann mal einen Kartenladen haben Müssen wir auf einem Screen immer die Openings laufen lassen Das wär lustig Sehr 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 lustig Hier haben wir noch ein nettes Sonder Bombard Einfach so hinter der Theke permanent die Open Am besten noch so drei Screens Wo immer drei verschiedene Openings durchlaufen Das wär's Das wär's eh Nochmal eine Mary Rebirth Rare Nice So wie bei Ramon hinter der Theke quasi Ne Ja genau Das ist sehr sehr gut Ja Es neigt sich auf jeden Fall langsam dem Ende hingegen Und ich glaube Na Wohin genau Ich hab kurz gedacht Ja vielleicht noch das Kurthel Aber das Wohin genau ist voll fein Ist voll gut Also voll schön Ja Ich kann ja eigentlich mal Das wäre kein Kurthel zählen Das ist ja mein Gott Ich denke mal gibt's Schlimmeres Ja natürlich Aber mir geht's jetzt um die Statistik sagen Geht ja jetzt gerade um die Statistik Und 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 Summer Center Summer Center Summer Center Summer Center Du Hör mal Fatalite Gickelo Hop So ist das So Kamehaps Krabi Chimpe Nocchu Das Patanana Patina Patina Rayao In Hollow Komm So Ab in die Box Es sind schon so viele Monos Ne Aber Ich hab gerne viele Karten um mich Und Wenn man mal nicht so viele Karten um sich hat Das ist immer so unfassbar traurig Du denkst dir dann so Oh nein Wo sind die Karten hin Wir brauchen die Karten doch Und wenn du zu viele Karten hast denkst du Oh nein Wir haben zu viele Karten Die Karten müssen weg Es gibt nie einen einen kompletten Ausgleich wo man sagen kann Okay so muss es sein Gibt's nicht Jetzt ist schon Leon Leon Angel und Battles Hat sich gedacht Ja doch Wir sind wieder weg Leute Es ist langsam aber sicher Nice Es wird ernst Wir haben noch 1,2,3,4,5,6,7,9,10 bei mir Dennis Ich hab Das ist äh 13 Ich mach jetzt schon hier aber Opening mit Kartentrick In tausender Leute Das gab's noch nie Das gab's noch nie hier Ach tausch Der Tante Ein Wolli Ich hab du kurz Das letzte müssen wir mal machen Auch mit Kartentrick Dann ne Die Horn Warte 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 Mikula Und du hast Oh Team Jellrüpel Nice Another one I'll take it Schön Da haben wir sie nochmal Die guten Team Jellrüpel Da sind wir doch eigentlich ganz zufrieden Oh Oh noch ein sehr wohl Auch erst die zweite Superschöne Karte Wobei ich muss sagen Da gefällt mir das Grün nicht so richtig Warum? Das sieht doch richtig geil aus Du stehst nicht so auf Colorblocking Gell? Ich weiß nicht Das Grün ist nicht so Das sieht super insane aus Und lockt bei den Reverse noch Eieieiei Also jetzt kommt gerade so der Moment wo man realisiert Oh oh es ist nicht vorbei Und man will es nicht vorbei haben Aber Es ist auch noch heute So Moruda Ich weiß nicht Seit nach dem Break habe ich so viele Morudas hier rausgezogen Tja Hättest du dir mal den Break gespart Ne? Ja Sorgst du das mal dem Handy du Du hast noch Ups Moruda Puh Schauen wir mal noch Er hat jetzt einen Oh Immerhin noch eine Holung Er hättest der schon mal gut Letztes Liefer mir So So wir müssten Oh ich habe noch einen Hit Morpeco Und ich habe auch noch einen Hit Glaube ich Und Ja Reggie Rock It's okay Guck mal jetzt ist wieder Kigglybatter Wie heißt der schon? Oder was? Ich brauche noch ins Liebe Habe ich das hier noch gezogen Irgendwas muss ich doch Hier Ach nee ich habe nur doppelt Morpeco gesagt Morpeco habe ich schon gespielt So So Jetzt muss noch was kommen Mary Somnivora Großes Amulett Und Ne Ne Das war der Bruchstark ist 4 zu 3 Super Ball Pio Draghi Oh das ist gut Das ist sehr gut Dann müssen wir gleich noch gucken wo wir unsere Sleeves noch herkriegen 2 237 irgendwo her Gönnen So Ich habe einen vorletzten Pack Wir sind jetzt offiziell auch schon über den 1000 Zubieres 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 Und ich habe aus meinem vorletzten Pack noch den Fernkopf Du hast das jetzt dein vorletzten Pack Du hast das jetzt dein vorletzten Pack Du hast das jetzt dein vorletzten Pack Nix Dennis Let's pack Maggi Die letzten beiden Packs Wir kriegen das jetzt nicht mehr komplett Aber Ziehen wir noch was richtig krasses? Hmm I don't know Wir werden sie sehen Wir werden sie sehen Wir werden sie sehen Wir werden sie sehen Schauen So Ich habe einen guten Kopf Schmetterhandel Gerard Touch Track Tentantel Almekro Memeon Krabi Witzige Chimpe Sansekt Pampouli Rihon Huthut Icochilla Chimpep Pamphira Und Oh, immerhin noch eine Fulandrelaxo Kann man machen als letztes Pack Nice Das nehmen wir als letztes Pack Ich glaube, dass ich nicht irgendwas noch fallen lassen habe Nö, ich glaube, das war's Leute Wenn ihr so wissen wollt, wie es hier gerade um uns herum aussieht Dann schaut den Vlog, der die Tage auf jeden Fall dazu rauskommen wird Ansonsten Ich würde sagen, wir gehen jetzt auf die Hits gar nicht mehr so lange ein Weil dafür machen wir dann das Recap Opening Ihr seht hier einfach gerade nur Tisch voller Hits Mit geilen Karten Muss sagen, hat Bock gemacht wieder, ne? Auf jeden Fall Ich könnte jetzt noch weitermachen Man könnte jetzt auf jeden Fall noch weitermachen Das wäre jetzt nicht schlimm, wenn wir jetzt sagen Klar geht noch ein paar Leute Lasst auf jeden Fall mal ein Like-Dub für diese Masse an Booster War noch irgendwas, oder? Ungesleeved? Nein, alles gesleeved Wir haben alles gesleeved Da hab ich drauf geachtet Sehr schön Lasst auf jeden Fall mal ein Like-Dub für die schiere Masse an Boostern Weil das war diesmal echt ein kleiner Struggle Dass das Alice noch hundertprozentig geklappt hat Aber es hat dann doch geklappt Ich weiß wieder, was ich eigentlich machen wollte Ich wollte ein Schlabel up-sleeven Und dann noch die Magnolica Wie gesagt, was wir davon alles gezogen haben, seht ihr dann Recap Opening Es wird wahrscheinlich nächste Woche irgendwann kommen Damit ihr genug Zeit habt, das Opening zu gucken Ansonsten Checkt alles ab, was in der Beschreibung verlinkt ist E-B-Card-Market-Instagram Yeah Denn ihr könnt hier alles erwerben, was ihr auf dem Tisch hier seht Genau Und ansonsten Von meiner Seite aus gibt's eine Geilte Von meiner auch nicht Ich freu mich auf die nächsten Sachen Ja, das ist ein gutes Stichwort, würde ich sagen Dann sehen wir uns beim nächsten Opening wieder Leute, hau rein Tschuhu Hier seid die Geilten Ja geil Ja 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 Ja